Die Flut schlägt gleich um. Du musst mich beeilen. Komm nicht mehr, das ist zu gefährlich. Du meinst wegen der Haie? Blöd, Mann. Hier, in zwei Wochen bin ich wieder da. Pass auf dich auf. Die fressen mich nicht, an mir ist nichts dran. Ach, das habe ich fast vergessen. Vor allem Tommys? Nein, das nur für dich. Mach's gut. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Seit sechs Wochen war Frieden. Die Wehrmacht hat endlich kapituliert. Friedrich war mit tausenden deutscher Soldaten drüben auf dem Festland interniert. Ich selbst arbeitete hier auf der Insel für die englischen Besatzungstruppen. Es war Sommer und wir träumten vom Leben. Aber bald schon merkten wir, dass der Krieg für uns noch nicht zu Ende war. Wo kommt die denn her? Na, was wohl? Die Gehser? Du siehst auch nicht aus, als ob du die letzte Nacht in deinem Bett verbracht hast. Und wieviel. Was war? Was war? Wichtbaren. Untertitelung des ZDF, 2020 Na, Herr Leutnant, wie war das Wasser? Was machst du hier? Na, ich habe auf Ihre Sachen aufgepasst, solange Sie drüben waren. Drüben? Ja, na, auf Nordstrand. Warum nehmen Sie mich nicht mal mit? Ich bin ein guter Schwimmer. Weil man das nicht kann, darüber schwimmen. Die haben wieder Wecke von der SS geschnappt. Dieser, der Käpt'n kommt. Und Mark. Wo hast du den denn hier? Von Mark. Good morning. Good morning, sir. Oh. Good morning, milady. You are making fun of me. Das würde ich nie wagen. Morning. Good morning. Ich habe mir die Tasche eingerissen. Na, wie konnte denn das passieren? Ich habe ja auch noch Ihren Pullover, den ich stopfen sollte. Ich habe ihn auch gewaschen. Elke, holst du den mal bitte? Sehr wohl, Hoheit. Das kann man nähen. Ich mache Ihnen das gleich. Wirklich? Kann ich Ihnen helfen? Gerne, danke. Wo haben Sie so gut nähen gelernt? Sie Schneiderin? Nein. Sie ist Ärztin. Wirklich? Elke übertreibt. Ich habe ein paar Semester Medizin studiert. Das müssen Sie unbedingt weitermachen. Sie haben gut reden. Warum denn nicht? Weil die Welt da draußen in Trümmern liegt. Oder habe ich was verpasst? Nein, leider nicht. Eine echte Schroren. Danke. Ich muss hier endlich weg, Friedrich. Mach mir Sorgen, was mein Mäuschen in Herne so macht. So wenig Vertrauen in die Heimatfront? Ich habe mir was von einem Hanne geschrieben. Einer von einer Partei. Na also. Was machst du dir Sorgen? Den haben die Briten längst einkassiert. Was mit deiner Kleinen da drüben ist schon ein Antrag gemacht. Antrag? Ich weiß ja noch nicht mal, was aus mir wird. Von Kastens Staat hat einer gemeint, die Tommys machen zusammen mit uns gegen die Russen weiter, zusammen mit den Amis. Glaubst du das, war den Mist? Mit uns will keiner mehr, Heinrich. Gott sei Dank. Komm, Kameran! Was sagt ihr dazu? Woher hast du das? Na unten, vom Niederbüllhof. Geklaut? Habt ihr den Stall ausgemistet? Dafür gibt dir der Bauer höchstens eine Schmalzstulle. Bring es zurück, bevor dich Kastens Fälscher in der Hand erwischen. Wenn wir es nicht nehmen, nehmen es die Kulacken. Recht hat er, Junge. Friedrich, jetzt gönn uns doch den Sonntagsbraten. Er macht es auch nicht wieder. Stimmt's, Junge? Macht doch, was ihr wollt. Gestern hat er mich gefragt. Was hat er dich gefragt? Ob ich mit will nach Glasgow. Ach, wie hat er das denn gemacht? Er kann doch gar kein Deutsch. Come with me. Das ist eindeutig. Was hast du gesagt? Yes! Gut gemacht. Lassen wir es euch los. Wenn das die Tommys sehen, dann lassen sie uns noch früher antreten. Wo bleibt ihr denn? Warum nimmst du dir nicht einen von den Englern an? Die können dir wenigstens was bieten. Ich glaube, soll ich im Ernst, dass dein Corporal dich mit nach England nimmt? Musst schon sehen! Bloody is this swine. Käpt'n, nicht jeder, der in der Waffen-SS war, ist auch ein Kriegsverbrecher. Right, halt auf! Was ist da so lustig? Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal vom englischen Offizier in Hitlergruß hinrichten muss. Shut up! Ich hoffe, dass Sie endlich die Schnutze voll haben, Herr Mittlergruß, Herr Leutnant. Und wie? Noch so eine Bemerkung. Ich lasse Sie und Ihre Männer hier Strafe exerzieren. Wenn Sie die nicht richtig rannehmen, haben Sie hier bald Sodom und Gomorra. Was ist mit den Männern da hinten? Ehemalige polnische Fremdarbeiter. Unsere Feld-Gendarmerie hat Sie beim Plündern erwischt. Herr Bitter, Befehle, wegen weiterer Verwendung. Lassen Sie sie laufen. Wie bitte? Die sollte man aufknüpfen. Der eine wollte den Bauern gerade den Bauch aufschlitzen. Wer hier aufgeknüpft wird, entscheiden jetzt wir. Tun Sie, was ich sage. Du Befehl, Käpt'n. Ich muss mich beeilen. Viel Spaß. Nein, gentlemen. Wollen Sie da einfach rein? Nein, nein. Warten Sie. Ich bringe Sie nach Hause. Sie bringen sich nur in Schwierigkeiten. Ach, kommen Sie schon. In die Zeit sollten Sie nicht alleine gehen. Auf dem Festland treiben sich Banden da rum. Und lassen den Zwangsarbeiter. Wie sollen die denn hier rüberkommen? Der Damm wird doch gut bewacht. Sie haben recht. Dürfte ich Sie trotzdem begleiten? Erzählen Sie was von sich. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Meine Familie kommt aus Hamburg. Und da habe ich auch studiert. Und dann wurde ich zum Sanitätsdienst eingezogen. Ist was? Kommen Sie. Ist Ihnen doch unangenehm, mit mir gesehen zu werden? Nein, ich will doch nicht Ihren guten Ruf ruinieren. Habe ich den denn? Meine Männer nennen sie The Chased. Die Keusche. Sind Sie das denn nicht? Komm. Was haben Sie vor? Wir nehmen den Jeep. Kommen Sie schon. Blut ja! Danke. Soll ich mich dafür einsetzen, dass Sie wieder als Krankenschwester arbeiten können? Das würden Sie tun? In Hamburg gibt's ein Krankenhaus von der Army. Sie suchen Krankenschwestern. Darf ich Sie auch mal was fragen? Gerne. Sie waren mal Deutscher, oder? Meine Eltern haben mich rechtzeitig weggeschickt. Mein Vater hatte einen Geschäftsfreund in London, bei dem ich als Rechtsanwalt arbeiten konnte. Ich hatte Glück. Glauben Sie, dass irgendjemand noch was mit uns zu tun haben will? Nach all dem? Ich sitze noch neben Ihnen. Ich muss los. Ja. Ich helfe Ihnen mit dem Fahrrad. Danke. Bitte. Gute Nacht. Gute Nacht. Und was heißt, magst du Kinder? Do you like children? Do you like children? Do you like children? Und, ähm, hattest du lieber einen Jungen oder ein Mädchen? Would you prefer a boy or a girl? Would you prefer a boy or a girl? Esa, kommen Sie schnell. Ich brauche Sie. Er ist auf eine Miene getreten. Der Doktor schafft es nicht alleine. Warum bringen Sie ihn nicht in ein Krankenhaus? Bis dahin ist er verblutet. Das ist die young girl I told you about. Ich bin eine Experten-Surgical-Nurse. Hast du amputationen? Ja. Okay, dann gehen wir. Danke. Simon, besser warten. Und wie geht's? Sie war perfekt. Excellent work, junge Frau. Vielen Dank. Danke. Sie hat nicht warten müssen. Ich wollte doch wissen, ob der Junge es schafft. Wir mussten sein Bein bis zum Knie amputieren. Aber er war ganz tapfer. Er hat mich gerade gefragt, ob das Bein wieder nachwächst. Was haben wir gesagt? Dass das nicht geht. Aber dass er bestimmt ganz bald ein schönes, neues Bein bekommt. Also, wie geht's? Kommen Sie. Ich möchte Ihnen was zeigen. Waren Sie schon mal hier? Ja, ich komme manchmal mit den anderen Mädchen her. Ach, alles Schöne auf der Insel kennen Sie schon. Trotzdem danke. Ich hätte Ihnen das nicht zumuten sollen. Ich bin froh, dass Sie es getan haben. Wirklich? Ja. Ich bin froh. Und, hält das Wetter? Keine Ahnung. Nehmen Sie mich mal mit? Wohin? Na, rüber zur Insel. Du bist ja verrückt. Ich kann ja verstehen, dass Sie nicht teilen wollen. Aber sind da nicht genug Weiber für uns beide? Halt die Klappe! Gesa heißt sie, was? Hab ihr Bild gesehen da in ihrem Soldbuch? Konntest du ja nicht mitnehmen nach drüben, wäre ja nass geworden. Was hast du es einem erzählt? Noch nicht. Weil ich ja weiß, dass Sie mich heute mitnehmen. Der Otto spioniert mir nach. So lange er dir nicht hinterher schwimmt. Ich will nicht, dass Gesa Probleme kriegt. Abteilung, still gestanden! Einen von der 841 haben wir vor das Kriegsgericht gestellt. Weil er baden war am Strand. Ich schwimme heute Abend trotzdem. Ich habe dich überall gesucht. Ich habe heute meinen freien Tag. Ich weiß. Was liest du denn da? Shakespeare? Auf Englisch? Habe ich in eurer Bibliothek ausgeliehen. Ich habe Neuigkeiten. Ja. In Potsdam findet eine große Konferenz statt. Deshalb bin ich zum Stab von Montgomery abgeordnet worden. Es geht um die Zukunft Deutschlands. Ist ja großartig. Gesa. Würdest du auf mich warten? Wie meinst du das? Ich weiß, wir kennen uns kaum. Eigentlich erst seit zwei Wochen, aber... Das ist doch verrückt. Ich bin eine Deutsche. Wie soll das denn gehen? Kannst du dir vorstellen, eines Tages mit mir nach England zu gehen? Ich möchte, dass du weißt, dass es mir ernst ist. Und wann fährst du? Morgen früh. Sehen wir uns nochmal? Warum nicht? Ich mag keine Abschiede. Es geht um den Tag und zu sehen? Juhu! Für Sie, Herr Leutnant. Nein, danke. So was Gutes kriegen sie so schnell nicht wieder. Oder wir hatten da drüben etwa volle Zöpfer von uns. Wir müssen uns beeilen. Zu Befehl! Es ist in Ordnung. Los! Oh komm! Komm! Los! Komm! Was passiert, wenn die Tommys uns entdecken? Wenn sie einen von uns erwischt, ist er allein hier, klar? Ja. Friedrich! Was ist denn? Wer ist das denn? Otto Kessler aus Hinsterwald über Berlin. Der Herr Leutnant war so freundlich, mich mit rüberzunehmen. Tut mir leid, ging nicht anders. Werd doch nicht stören. Bei Sonnenaufgang treffen wir uns genau hier. Wenn du nicht da bist, kannst du sehen, wie du alleine rüberkommst. Vielleicht will ich ja gar nicht mehr rüber. Komm, wir gehen. Ich sollte ihn hier nicht rumlaufen lassen. Die Engländer feiern heute bei den Mädchen. Die sind jetzt schon alle betrunken. Willst du doch nicht mitfeiern? Nachher verpasst du noch was. Du spinnst ja. Dann zitterst ja. Ist der kalt? Nein. Ich muss mal mit dir reden. Ja. Ich werde weggehen. Wieso? Wohin denn? Nach England. Nach England? Es gibt da einen Offizier. Simon. Er kommt eigentlich aus Berlin. Mit dem habe ich mich ein paar mal getroffen. Das glaube ich nicht. Nicht du. Doch. Nicht hier. Hier sehen uns doch alle. Mark. Come on darling. I can't waste even longer. Mach aber schnell. Mark. Du bist so schwer. Come on. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ich gehe hier mal alleine schwimmen. Bitte verraten Sie mich nicht. Wo kommst du denn her? Vom Festland. Ich bin rüber geschwommen. Du spinnst ja. Ich bin internierter Soldat. Wenn die Briten mich erwischen, dann schießen die mich. Dann lassen sie lieber schnell verschwinden. Komm. Komm. Sag doch irgendwas. Was soll ich denn sagen? Herzlichen Glückwunsch. Friedrich, du musst mir das glauben. Ich habe es nicht drauf angelegt. Aber es ist nun mal passiert. Und Simon ist... Far mir die Einzelheiten. Ich hoffe nur für dich er meint es ehrlich. Friedrich. Du drehst dich erst drum, wenn ich es sage. Nicht gucken. Komm nicht bevor ich im Wasser bin. Komm nicht. Hey, wo bleibst du? Als erstes, ich dachte du warst Kampfschwimmer. Kalt. Puh. Wenn du zu nah kommst, schreie ich. Wie heißt denn du? Elke. Otto. Du bist mir ein toller Hecht, Otto. Was freundest du mit denen da oben? Es geht dir nichts an. Hey, lass das! Hast du einen Trommi da oben noch aufgemacht, hm? Lass da, Gunnard Schneier! Friedrich! Es tut mir so leid. Verrückte Zeiten sind das, was? Ja. Für dich wäre ich bis nach Amerika geschwommen. Bitte, hör auf. Wenn ich dich jetzt fragen würde, ich meine, ich kann dir keine Zukunft versprechen, so wie er, aber würde das was ändern? Nein. Besser, ich gehe mal den Jungen suchen. Ich will gleich los, bevor die Tide umschlägt. Hilfe! Friedrich, pass auf! Hilfe! 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 Geh, verdammt! Verdammt, du schnettst du dich nicht hinterher an! Wir haben doch nur ein bisschen Spaß gehabt. Was, Ecke? Warum gucken Sie denn so, Herr Leutnant? Sie haben doch mit dem Herrn Leutnant auch nicht nur Händchen gehalten. Hau ab! Und sieh zu, wie du alleine wieder zurückkommst. Das können Sie ja nicht machen. Herr Leutnant, bitte! Verschwinde endlich! Hau ab! Willst du nicht warten, bis es vorbeigezogen ist? Ich muss die Flut erwischen, sonst schaffe ich es nicht. Mach mir nur Sorgen um den Jungen. Wegen dem schnappen sie dich noch. Was ist mit ihr? Um sie brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Sie ist froh, dass du ihr geholfen hast. Bringen Sie nach Hause. Ich wünsche dir Glück. Ja. Kann ich brauchen. Ich werde zur Fremdenlegion gehen. In Heide haben die ein Rekrutierungsbüro. Nein, mach das bitte nicht. Was als Soldat habe ich nicht gelernt. Du hast studiert, Friedrich. Die Briten werden die Universitäten wieder aufmachen. Die wollen Deutschland wieder aufbauen, sagt Zaym. Da brauchen sie auch Architekten. So, sagt er das. Ja. Du hast doch gesagt, er ist Jude. Warum sollt ihr ein Jude Deutschland wieder aufbauen wollen? Don't move! Don't move! Ich kenne ihn nicht. Der war plötzlich da. Glaub mir, I don't know him. Shit. Please. Ich war nur am Strand. Ich wollte schwimmen. Shit! Ah! Was hast du gemacht? Hit me! Halt deinen Maul! Was hast du gemacht? Du sollst deinen Maul halten. Na los, Herr Leutnant. Wir müssen verschwinden. Du verdammter Idiot! Er war halt recht. Ihr müsst verschwinden. Los! Don't move. The cab is on the way. Stay calm. Los! Haut schon ab! Was wird das dir? Mir fällt schon irgendwas ein. Nun, mach schon! Was? Er krepiert. Das dreckige Tommischwein krepiert. Ich lasse dich hier nicht allein. Er ist tot. Friedrich, du musst gehen. Du machst es nur noch schlimmer, wenn du bleibst. Bitte, geh. Ist gut. Ja, ich lasse dich hier nicht blind. Ihr habt ihn gefunden und niemanden gesehen. Captain! Yes, sir? See these? Footprints. Can you explain them? No, not yet. Captain, I want to know exactly what happened here and I want everyone involved. Yes, but sir, I have new orders. Forget your orders. I need you here, now. Understood? Yes, sir. Herr Leutnant! Herr Leutnant, wo sind Sie? Herr Leutnant! 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 Ich bin direkt! Los! Otto! Otto! Was passiert denn jetzt? Die werden uns jetzt verhören. Du meinst, die glauben uns nicht? Sieht nicht so aus. Käser. Was? Ich wollte mit diesem Otto im Meer schwimmen. Was? Ich habe ihm das vorgeschlagen. Das war meine Idee. Ich konnte ja nicht wissen, was das für einer ist. Ich will es doch dann glauben, der hat das wegen mir gemacht. Weil ich doch die Verlobte vom Markt bin. Die denken nur dann, ich stecke mit ihm unter einer Decke. Ich will nicht. Ich will nicht. Wir müssen uns jetzt ganz genau überlegen, was wir denen sagen. Meinst du, du schaffst das? Also, wir waren zusammen spazieren am Strand. Wir haben niemanden gesehen. Und als wir ihn gefunden haben, da war er schon... Wir haben nicht geschah. Wir müssen uns auf dem Weg verhören. Bitte. Wir sprechen später. Friedrich! Mensch, endlich! Wo sind die anderen? Kettenhunde waren da, haben sie mitgenommen. Der Bauer vom Niederbüllhof hat uns angezeigt wegen dem blöden Schwein. Mensch, wir müssen sofort verschwinden. Wie willst du denn hier rauskommen, Heinrich? Ja, was denn? Schwimmen! Durch den Kanal! Dann schlagen wir uns zu meinen Mäusner Herne durch. Die Zeit, dass ich mich da mal wieder blicken lasse. Was ist eigentlich mit dem Jungen? Der war doch bei dir. Ja, leider. Ich denk sie mir in der Scheiße, Heinrich. Hä? Und was haben sie beiden denn in den Dünen da gemacht? Ja, waren spazieren. Machen sie das öfter? Spazieren gehen mit ihrer Freundin? Nachts um drei? Das war so eine schöne Vollmondnacht. Ja, das liebt ihr Deutschen. Diese romantischen Nächte. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Können Sie mir sagen, wann Sie Corporal Mark Fletcher zum letzten Mal gesehen haben? Gestern Abend. Und wo? In unserer Unterkunft, als er gegangen ist, so gegen Mitternacht. Und wer war bei ihm? Diegge. 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 Sie haben mich richtig verstanden, Herr General. Appell in jedem Unterabschnitt. Jeder fehlende Mann ist zu melden. Das ist ein Befehl der britischen Militärregierung, den Sie auszuführen haben. Unmöglich? Haben Sie auch gewagt, das dem Führer zu sagen? Danke. Wir verlassen uns auf Sie. It's okay, you can go, thank you. Wird sie doch. Meinst du, ein Mann schafft es, vom Festland aus zu uns rüber zu schwimmen? Wenn er ein guter Schwimmer ist, vielleicht. Wieso? Zwei deutsche Soldaten aus dem Internierungsgebiet. Elke hat erzählt, dass sie auf einmal vor ihnen standen. Der Corporate versucht, sie zu verhaften. Einer der beiden hat sie auf den Corporate gestürzt. Und dann fiel der Schuss. War das, ne? Wenn Elke das sagt. Was hast du um die Zeit am Strand geworfen? Eure Soldaten haben bei uns gefeiert. Auch der Corporate. Da wollte ich nicht dabei sein. Hast du die beiden Deutschen auch gesehen? Ich hab den Schuss gehört und Elkes Schreie. Dann bin ich hin. Da lag der Corporate schon auf dem Boden. Und dann? Habe ich mich um den verletzten Corporate gekümmert und Elke gesagt, sie soll Hilfe holen. Elke hat gesagt, der, der geschossen hat, war der Jüngere von den beiden. Fast noch ein Kind. Ja? Ich hab das Gefühl, sie wird einen anderen decken. Wieso? Wieso was? Wieso sollte sie ihn decken wollen? Sie kannte ihn doch gar nicht. Bist du dir da sicher? Bist du dir da sicher? Was hast du denen gesagt? Nichts. Der Käpt'n hat gewusst, dass da zwei deutsche Soldaten waren. Die wussten, dass ich mit Marc zum Strand bin. Monika hat uns gesehen. Aber ich hab denen gesagt, dass es Otto war. Das glauben sie dir aber nicht. Was machen wir da jetzt? Elke, du musst die Wahrheit sagen. Dass Otto versucht hat, dich zu vergewaltigen und Friedrich dir geholfen hat. Das kann ich nicht, Gesa. Du weißt, dass das nicht geht. Das stimmt. Der Sie glauben, diese Frauen? Ich bin eine Brünette, eher nicht? Das ist, glaube ich? Ja, bitte. Es ist ein bisschen wunderschön zu sehen, sie von den Gallows. Ja, ich bin. Obers Carsten meldet. Unterabschnitt des Internierungsgebietes G. angetreten, Herr General. Drei Mann fehlen. Three men are missing, Major. Wer sind die Männer? Ein Neutnant und zwei Mann aus seiner Einheit. Unsere Feldgendarmerie ist Ihnen schon auf der Spur. Das da drüben, das ist der Sauhaufen. Sie haben gestern einem Bauern ein Schwein gestohlen. Die drei sind entflohen, als meine Feldjäger sie in Arrest nehmen wollten. Wann war das? Gestern Abend. Sie sind wahrscheinlich Richtung Kanal. Die würden doch nicht zu euch engländern rüberschwimmen. Was machen die denn da? Die suchen nach uns. Ich muss zurück, Heinrich. Ich kann Gesa und Elke nicht allein lassen. Die hängen dich auf, glaubst du, fragt noch einer, ob Otto das war oder du? Das ist Kasten. Flank, Jas. Ich leck sie ab. Pass gut, Heinrich. Was? Pass auf dich auf. Hey! Der Leutnant, Herr General. Die beiden anderen werden wir auch bald haben. Danke. Sie können gehen. Ihre Männer auch. Moment mal. Der Leutnant steht unter meiner Kommando Gewalt. Sie können gehen, Karsten. Los, abtreten. Name? Leutnant der Infanterie Hartmann. Sie wissen, warum Sie hier sind? Vermute mal wegen der Sache mit dem Schwein. War das Ihr Befehl? Nein. Setzen Sie sich. Warum sind Sie denn abgehauen? Ich war nicht da, als die Fälscher in einem Reh eintraf. What does he say? He said he wasn't there when his soul saw arrested. Where waren Sie denn? Spazieren am Strand. He was bald. For a walk. On the beach. So. This is supposed to be the glorious German Wehrmacht. Of course not. Die ganze Nacht. Ja. Und Sie wollen uns nicht sagen, wo Sie gewesen sind. Ihr sollt vorher leutern. Ihr sollt vorher leutern. Sie können gut zeichnen. Danke. Was ist denn? Die haben Friedrich. Sie kennen mich. Sie kennen mich. Woher? Ich war gestern Nacht hier auf der Insel. Und die Waffe des Corporals? Ich habe Sie ins Meer geworfen, bevor wir zurückgesprungen sind. Und der Junge? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn auf Sie aus den Augen verloren. Wir hatten unsere Sachen in einem alten Flakbunker versteckt. Als Sie zurückkamen, lagen Sie noch da. Wollen Sie noch was sagen? Hätten Sie vielleicht eine Zigarette für mich? Sie müssen das Protokoll noch unterschreiben. Okay. Sie müssen das Protokoll noch unterschreiben. Soll ich es noch einmal vorlesen? Nein. Sie hat mir von Ihnen erzählt. Wenn es nicht passiert wäre, dann wären Sie jetzt wahrscheinlich ein glücklicher Mann. Wenn was nicht passiert wäre. Adolf Hitler? Der Krieg? Setzen Sie sich. Er hat gestanden. Was hat er gestanden? Dass er mit dem jungen Gefreiten rüber geschwommen ist. Der Corporal sie am Strand erwischt hat und er sie verhaften wollte. Und von mir hat er nichts erzählt? Er hat gesagt, du bist erst gekommen, als der Corporal bereits getroffen am Boden lag. Du weißt, dass er lügt. Du weißt, dass er lügt. Ich hätte dir von ihm erzählen müssen. Ich kann bezeugen, dass Otto geschossen hat. Das nützt ihm auch nichts mehr. Wer soll dir noch glauben? Du hast schon einmal gelogen. Simon, ich weiß, ich kann nichts verlangen. Aber Friedrich ist unschuldig. Hat er dir denn nicht erzählt, dass der junge Elke vergewaltigen wollte? Er hat das verhindert. Er hat ihn weggeschickt. Was willst du mir denn nicht erzählen? Dass dein Leutnant ein Held ist? Der Junge hat das Gesicht verloren. Wahrscheinlich hat er gedacht, er kann seinen Fehler wiedergutmachen, indem er Friedrich zur Flucht verhilft. Deinen Freund kann nur noch der Junge retten. Wenn er die Tat gesteht. Ich dachte, ihr seid gekommen, damit endlich die Gerechtigkeit siegt in diesem Land. Wir sind gekommen, weil ihr Mord und Vernichtung über Europa gebracht habt. Und du meinst, da kommt es auf einen zu Unrecht hingerichteten deutschen Leutnant auch nicht mehr an? Sie haben am Kanal einen deutschen Soldaten aufgegriffen. Er wollte die Sperrzone verlassen. Vielleicht ist er das. Sie wissen es nicht. Er hatte kein Soldbuch dabei. Du kannst gehen, du bist frei. Dein Leutnant hat dich entlastet. Aber falls es dieser Otto ist und er es abstreitet, wie willst du ihn dann erkennen? Halt dich da raus. Glaub mir, es ist besser für dich. Bitte. Also gut. Komm. Mich geht das ja nichts an, aber das ist jetzt schon der Dritte, den Sie diese Woche aus dem Kanal gezogen haben. Muss man denn da gleich schießen? Die wollen doch auch nur nach Hause, die armen Kerl. Mäuschen. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Wegen Handel. Du hast mir doch geschrieben. Es gibt keinen Handel. Hat nie eingegeben. Keinen Handel. Nein. Jetzt ruhe dich erst mal ein bisschen aus. Mache ich ein Mäuschen. Oh. Wo ist das nun? Das ist nicht der Mann, den wir gesucht haben. Das muss es sein. Warte auf mich. Bis zum nächsten Mal. Sei es nun. You vu gast. Sei esuclearz. Da braucht es nicht mehr. outros wie es den flipping ist. Das ist eigentlichehin. Ist er da? Ja. Wahrscheinlich ist er getrunken. Aber vielleicht ist er auch einfach irgendwo außerhalb der Internierungszone an Land gegangen und versteckt sich da. Ich weiß einfach, dass Friedrich unschuldig ist. Keiner von euch ist unschuldig. Simon hat mir fünf Minuten gegeben. Warum bist du hier? Nein. Ottos Uniform ist gefunden worden. Sie war noch im Bunker am Deich. Dann hat er es nicht mehr geschafft. Warum sagst du nicht, wie es wirklich war? Mach dir jetzt vor, Gesa. Einer ihrer Soldaten ist erschossen worden. Das können sie nicht durchgehen lassen. Einer muss hängen. Friedrich, wir beide wissen, wie es wirklich gewesen ist. Und Elke. Es wird ein Verfahren geben mit Zeugen und einem Verteidiger. Die britische Armee ist nicht der Volksgerichtshof. Warum soll ich dich damit reinziehen? Das ändert doch nichts. Wenn du wüsstest, wie oft ich in den letzten Jahren dem Tod von der Schippe gesprungen bin. Ich wundere mich doch selber, dass ich noch lebe. Soll ich versuchen, einen guten Verteidiger für dich zu bekommen? Du meinst, weil du so eine gute Beziehung zu den Engländern traust. Weil ich dir helfen will. Halt dich da raus. Denk an deine Zukunft. Wenn du wüsstest, wie leid ich das bin. Dieses Opfergehabe. Geht das denn nie aus euren Köpfen raus? Dann ist ja alles gesagt. Ja. Elke. Wo bist du gewesen? Du musst mit dem Käpt'n reden. Sag, wie es wirklich gewesen ist. Friedrich wird sonst hingerichtet. Das habe ich doch schon. Du musst sagen, dass Otto versucht hat, dich zu vergewaltigen. Sie hängen ihn doch sowieso, sagt Monika. Das weiß sie von ihrem Lenz Corporal. Du weißt, dass er es nicht gewesen ist. Bitte ändere deine Aussage. Ich kann ihm nicht helfen, Gesa. Es tut mir leid. Gebt endlich Ruhe. Wir haben schon genug Schwierigkeiten wegen dir und deinem Leutnant. Mein James hat Ausgangssperre bekommen, weil er gegen das Fortanisierungsverbot verstoßen hat. Die anderen auch. I's right! Wo bringen Sie ihn denn jetzt hin? Nach Schottland. Da wird er von seiner Familie beerdigt. Wir werden zur Abwechslung mitarbeiten. Das ist die Hand der Hand der Heiligen Adolf Hitler. Das ist die Hand der Städte. Das ist die Hand der Hand der Hüft über die Polish, Yugoslav, und Norsebund, und Norsebund, Friede. Das ist die Hand der Hand der Hüft über die Mosek殿. Das ist die Hand, die Mörder, Massacreden, Greeks, Chets, Jews. Keine Hand, das ist nicht die Hand, die man nicht in Freundschaften kann. Was ist das? 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 Ich habe das Wort, Captain. Ich habe das Wort, dass Sie sich selbstverständlich haben, über die German officer's guilt zu haben. Wir haben keine Beweisung, dass es das jemand, der nicht der private schluss. Er hat nicht die, dass er das? Er hat gesagt, dass er das? Er hat gesagt, dass er das, was das, was diese Nazi-Bastasche gemacht hat, und er hat gesagt, was diese Nazi-Bastasche zu deinen Menschen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Thank you. The problem. Ah, Captain. Sir, you called me? Captain. Tell the captain what we've just been discussing. Yeah. Es geht um Leutnant Hartmann. Der Major erzählte mir, Sie leiten die Ermittlungen gegen ihn. Yeah. Please, gentlemen. Take a seat. Bitte. Wann ist mit dem Prozess zu rechnen? Wir suchen noch den zweiten Mann. Diesen Otto Kessler. Wieso? Der Leutnant hat doch gestanden. Weil immer noch die Frage besteht, wer von den beiden geschossen hat. Captain. Die Soldaten von Leutnant Hartmanns Zug wurden vor zwei Tagen von einem unserer Militärgerichte wegen Plünderung zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Da haben wir auch nicht gefragt, wer das Schwein geschlachtet hat. Bei allem Respekt. Ich lasse mir nicht von einem General des Führers sagen, wie ich meine Untersuchung zu leiten habe. Sir. Sie kommen aus Berlin? Sagt der Major. Ja. Ich nehme an, Sie hatten gute Gründe, das Land zu verlassen. Bemerkenswert, dass Sie sich so im Griff haben, Captain. Eine Hochachtung. Wie dem auch sei. Ihre Militärregierung hat mir befohlen, im Internierungsraum für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ausdrücklich unter Beibehaltung von Befehlsstruktur und Militärgerichtsbarkeit der Wehrmacht. Diesem Befehl werde ich folgen. Ich habe deshalb den Major gebeten, Hartmann der deutschen Militärjustiz zu überstellen. Die Strecke darüber beh Fortanfunkung. broadcasting Wo bringen Sie ihn hin? Wir übergeben ihn an die Wehrmacht. Er kommt vor ein deutsches Kriegsgericht. An die Wehrmacht? Es tut mir leid. Dann wollen wir das mal zu einem Ende bringen. Was? Darf ich Ihnen Marine Stabsrichter Müller vorstellen? Er vertritt die Anklage in den Prozess gegen Leutnant Hartmann. Mich hat der General zum Verhandlungsleiter ernannt. Angenehm. Umdrehen! Das ist der, was? Danke. Nein. Dem Angeklagten wurde übrigens das Recht auf einen Verteidiger eingeräumt. Ist das nicht selbstverständlich? Nach der Kriegsstrafverfahrensordnung der Wehrmacht, die er laut Ihrem Befehl Nummer 153 nach wie vor anzuwenden, ist nur eine Kannvorschrift. Aber der Leutnant hat abgelehnt. Würde ihm sowieso nichts nützen. Sagen Sie mal, was wollte der Leutnant eigentlich bei Ihnen auf der Insel? Habe dazu nichts in Ihrem Bericht gefunden. Warum fragen Sie ihn das nicht selbst? Das habe ich schon. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der jemanden becken will. Wieso? Was ist denn mit diesen Marina-Helferinnen? Was haben die denn um die Zeit am Strand gemacht? Wenn Sie die beiden wegen Verletzung der Ausgangssperre dann kriegen wollen. Die gilt nicht auf der Insel. Die Käpt'n auf ein Wort. Nur für den Fall. Was ein Todesurteil ergeht. Dann bin ich für die Vollstreckung verantwortlich. Ja und, was wollen Sie? Ja, Sie als Besatzungsmacht. Sie können ihn aufknüpfen, aber wenn wir von der Wehrmacht das machen, dann hat er als Offizier Anspruch auf ein Erschießungskommando. Und dafür brauchen wir Karabiner. Also 20 Stück würden reichen. Doch er ist ja nicht verurteilt. Gib dir den Moralerpustler und wir müssen die Drecksarbeit machen. Elke? Von der Wehrmacht. Ihr müsst zu dem Kriegsgericht aussagen. Mein James sagt, Sie haben die Leiche von dem Jungen gefunden. Sieht nicht gut aus für deinen Leutnant. Sieht nicht gut aus für deinen Leutnant. Soll ich wieder gehen? Ich wollte mich von dir verabschieden. Du gehst weg? Ja. An unserer Seite ist die Untersuchung abgeschlossen. In zwei Tagen erwarten sie mich in Berlin. Und der Prozess? Der ist jetzt Sache der Deutschen. Ich habe ihn nicht vorgeladen. Ja. Was willst du sagen? Die Wahrheit. Du kannst ihm nicht helfen. Du kannst nur dich in Schwierigkeiten bringen. Also? Was rätst du mir? Wie habt ihr euch eigentlich hingeladen? Im Lazarett. Er kam schwer verbundet mit einem Transport aus Königsberg. Er hat wirklich Glück gehabt. Da sind nur ganz wenige rausgekommen. Dann hast du dich in ihn verliebt. Und er ist für dich durch das Meer geschwommen. Das wolltest du auch tun. Wahrscheinlich wäre es sogar ein Ozean gewesen. Du glaubst gar nicht, wie glücklich mich das gemacht hat. Danke, dass du nochmal gekommen bist. Du weisst, das ist für dich. Du weisst, wie well ist es? Du weisst, wie bist du hier? Du weisst, wie bist du hier? Untertitelung. BR 2018 Sie werden aufgerufen. Hey! Hey! Move! Ja! 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 Die fucking Germans, I'm telling you now. Look, those Germans blew that away, I'm telling you now. And you know what I did before I picked you up? I took 40 guns over to hide it for those fucking bastards. Do you know why? Do you know why? Because they wanted to execute one of their own offices. Isn't that crazy? Huh? Isn't it absolutely crazy? We bring them guns so they can kill the lorry. Stop the lorry! What? Stop the lorry! Die Zeugen runter. Sie sind die Marinehelferin Gesa Runge. Geboren am 19.03.1924 in Hamburg? Ja. Marinehelferin Runge, Sie stehen hier vor einem Militärgericht. Die vorschriftsmäßige Antwort, wenn Sie der Verhandlungsleiter etwas fragt, lautet jawohl, Herr Oberst. Haben Sie das verstanden? Ja. Marinehelferin Runge, ist Ihnen der angeklagte Leutnant persönlich bekannt? Angeklagter! Sie haben sich hier nur zu äußern, wenn Sie gefragt sind. Also nochmal. Thank you. Wait a second. Die Zeugen ist doch fair. Wie gut kennen Sie ihn? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Herr Leutnant. Er ist mein Verlobter. Sie wussten also, dass der Leutnant zur Insel kommen wollte? Ja. Sie haben ihn erwartet? Ja. Und weiter? Als er dann kam, war er nicht alleine. Der Junge war bei ihm. Ich habe ihm deshalb Vorwürfe gemacht. Was hatten Sie denn vor mit dem Herrn Leutnant, dass Sie mit ihm unbedingt alleine sein wollten? Ich machte ihm Vorwürfe, weil er sich dadurch in Gefahr gebracht hat. Sie wussten also, dass das Fahnenflucht war, was der Leutnant da machte. Fahnenflucht? Was ist es denn sonst, wenn ein Leutnant sich gegen alle Befehle von seiner Truppe entfernt? Die Marinehelferin will mir nur den Hals retten. Ich möchte nicht, dass sie meinetwegen ein Meineid begeht. Verschätzen Sie sich! Sprechen Sie weiter, Marinehelferin. Wir haben den Jungen dann weggeschickt. Gesa, hör auf. Es hat keinen Sinn. Ich verweise Sie des Saales, Leutnant. Das wird Sie auch nicht retten. Abführen! Herr Vorsitzender, die Marinehelferin Runge hat sich soeben eindeutig bezichtigt, den Leutnant zur Fahnenflucht aufgefordert zu haben. Außerdem besteht begründeter Tatverdacht, dass sie Beihilfe geleistet hat beim Mord an Corporal Fletcher. Ich beantrage deswegen, die Marinehelferin in Gewahrsam zu nehmen und das Verfahren auf morgen zu vertagen. Das wird stattgegeben. Abführen! Der Antrag wird stattgegeben. Abführen! Rundfeln! 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 Can you explain yourself? No, sir! You have a choice. Either you go to Berlin immediately or you discharge yourself from His Majesty's army. Understood? Yes, sir. Dismissed. Guten Abend. Guten Abend. Kommen Sie. Ich bringe Sie zu Ihrer Unterkunft. Dürfen Sie das denn? Ich habe niemanden gefragt. Kommen Sie schon. Das haben Sie nicht gedacht, was? Was meinen Sie? Dass Geser jetzt auch vor Gericht steht. Warum helfen Sie ihr und dem Leutnant nicht? Wie denn? Erzählen Sie dem Gericht, wie es wirklich war. Das habe ich doch. Sie haben nicht erzählt, dass Sie mit Otto schwimmen waren, bevor er den Corporal angegriffen hat. Wovor haben Sie Angst? Ich habe alles gesagt. Wussten Sie eigentlich, dass Kopo Mark Flatscher in Glasgow eine Frau und eine Tochter hat? Das hat er Ihnen nicht erzählt. Was ist denn? Ich kriege ein Kind von Mark. Ich dachte, ich kam mit dem Kind nach Schottland, zu seinen Eltern. Was soll ich denn jetzt hin? Mich nimmt doch keiner mehr, wenn es rauskommt. Ich bin nicht. Würden Sie mich als Ihren Verteidiger akzeptieren? Sie sind also mit dem gefreiten Otto Kessler schwimmen gegangen. Und dann? Hat der Otto versucht, mich zu vergewaltigen. Dann ist der Leutnant gekommen und hat es verhindert. Otto ist weggelaufen. Ich glaube, er hat sich geschämt. Geschämt? Wenn einer Grund gehabt hätte, sich zu schämen, dann waren das doch wohl Sie. Waren Sie nackt, als Sie mit dem Schwimmen waren? Ich habe Sie etwas gefragt, Marina Helferin. Ich möchte darauf nicht antworten. Also nackt. Ich frage mich, wie man von einer versuchten Vergewaltigung sprechen kann, wenn Sie nackt waren. Herr Vorsitzender, die versuchte Vergewaltigung durch den gefreiten Otto Kessler ist nicht Bestandteil der Verhandlung. Die Zeugin hat ein Recht, die Aussage zu verweigern. Nach welchem Recht? Nach Ihrem? Ihr gilt immer noch die Kriegsstrafverfahrensordnung der Wehrmacht. Die Zeugin hat voll umfassend zu antworten, sonst macht sie sich der Falschaussage schuldig. Antworten Sie bitte. Ja, fast. Der Herr Verteidiger will uns also wirklich weismachen, dass dieser Pimpf, mal gerade 18, sich todesmutig auf einen ihm körperlich überlegenen, dazu noch bewaffneten Corporal der Royal Army gestürzt hat, nur um seinem Leutnant zu beweisen, dass er doch ein ganzer Karl ist? Ich glaube, da überschätzen Sie den Todesmut der deutschen Jugend doch gewaltig. Leider. Die beiden Angeklagten waren ungefähr zehn Meter voraus. Der Corporal war dahinter, an seiner Seite die Zeugin. In dieser Nacht war Vollmond. Es drohte zwar ein Gewitter, aber über der Insel war die Nacht klar und hell. Wenn der Leutnant aus dieser Entfernung versucht hätte, den Corporal anzugreifen, wäre er nicht weit gekommen. Selbst wenn man berücksichtigt, dass der Corporal betrunken war, er hätte geschossen. Er hätte vielleicht nicht getroffen, aber er hätte geschossen. Es wurde aber nur einmal geschossen. Was sagt Ihnen denn, dass nur einmal geschossen wurde? Der Junge ist dem Corporal heimlich gefolgt, als dieser die beiden Angeklagten verhaftet hatte. Das ist die Tatwaffe. Im Magazin fehlt nur eine Patrone. Und die Hülse steckt noch im Schlitten. Herr Oberst, meine Herren, da sitzt ein Offizier der Wehrmacht, der in Tagen und Wochen der größten Not, in dem unser geliebtes deutsches Vaterland am Boden liegt, nichts Besseres zu tun hat, als sich von seinen Soldaten zu entfernen, Befehle der britischen Militärregierung zu verletzen und die uns zugewiesene Internierungszone zu verlassen, nur um sich mit seiner Geliebten zu vergnügen. Es ist ein erbärmliches Bild von Soldatentum und Manneszucht, das der Herr Leutnant da abgegeben hat. Und nicht nur das. Der Leutnant hat durch sein erbärmliches Vorbild einen jungen, vielversprechenden deutschen Soldaten mit in den Abgrund gerissen. Aber wer sagt uns denn, dass es wirklich so war, wie der Verteidiger uns hier Glauben machen will? Was hat Ihnen, der britische Käpt'n, der eigentlich ein deutscher Jude ist, versprochen, damit Sie Ihre Aussage ändern? Was ist die Aussage von der da wert, die Ihrem sauberen Herrn Leutnant den Hals retten will und dafür bereit ist zu jeder Lüge? Es gibt nur zwei Männer, die die Wahrheit kennen. Der eine, ein tapferer britischer Corporal, der uns in mancher Schlacht ein ritterlicher Gegner war, ist von einem, der die Uniform der Wehrmacht trägt, heimtückisch ermordet worden. Der andere ist jämmerlich ersoffen. So wollen uns das der Herr Leutnant und sein Verteidiger jedenfalls Glauben machen. Er hat die Strafe bekommen, die er verdient. Aber vielleicht hat ihn ja der Leutnant da draußen auf hoher See zum Schweigen gebracht, weil er einen Schuldigen brauchte, einem, dem er den feigen Mord an dem Corporal in die Schuhe schieben konnte. Diese Frage lässt sich wohl niemals wirklich klären. Aber eines weiß ich, dieser Mann da hat nur eins verdient und das ist die höchste Strafe. Nur so lässt sich die Ehre der Wehrmacht wiederherstellen. Wer ist hier das Opfer? Ein Corporal der British Army? Ein verrohter, fanatisierter junger Soldat, dem nie einer gesagt hat, was gut und was böse ist? Oder die in ihrer Ehre gekränkte deutsche Wehrmacht? Herr Marine Stabsrichter, die Wehrmacht hat ihre Ehre bereits verwirkt an dem Tag, an dem sie dem Führer ihre Treue geschworen hat. Sie und ihresgleichen haben sich darin überboten, den Führerwillen umzusetzen, der Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit in einem Vorort verhöhnt hat. Das ist ungeheuerlich! Sie stehen hier vor einem Gericht der Wehrmacht und nicht vor dem Volksgerichtshof. Ihre Militärregierung hat uns beauftragt, im Sperrgebiet für Disziplin und Ordnung zu sorgen. Und Sie wagen es, uns hier als Erfüllungsgehilfen Hitlers zu bezeichnen? Was wollen Sie denn von mir hören? Dass Sie alle feige Mörder sind? Am 30. April, das war der Tag, an dem Hitler in Berlin Selbstmord beging, wurde in Kiel der Oberbootsmann Rudolf Ortl von einem Marinegericht zum Tode verurteilt. Er hatte vor der Mannschaft eines Schnellbootes den Führer einen feigen Hund, Verbrecher genannt. Ich möchte aus der Urteilsbegründung vorlesen. Wer in der Zeit der äußersten Anspannung und der höchsten Not den Führer in solcher Weise beleidigt und zersetzend wirkt, der verliert jedes Recht auf Gnade. Eine milde Strafe würde in ihrer Wirkung auf die Truppe die Manneszucht erschüttern. So kann hier nur die Todesstrafe als angemessene Strafe angesehen werden. Sie wissen, wer das Urteil geschrieben hat? Erinnern Sie sich? Das Urteil des Herrn Marinerichters wurde in derselben Nacht vollstreckt. Ich beantrage die beiden Angeklagten wegen erwiesener Unschuld freizusprechen. Friedrich wurde wegen unerlaubten Entfernen von der Truppe ungehorsam im Dienst und Befehlsverweigerung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Die Strafe wurde ausgesetzt, weil er sich freiwillig für ein Minenräumkommando in Dänemark meldete. Ein Jahr später trafen wir uns wieder. Die Engländer hatten mich nach der Auflösung der Internierungszone in ihr Lazarett nach Brunsbüttel geschickt. Dort konnte ich als Krankenschwester arbeiten. Im Herbst wollte ich mein Medizinstudium in Hamburg wieder aufnehmen. Friedrich hatte bei der Explosion eines Blindgängers seine Hand verloren. Er lernte mit der anderen Hand zu zeichnen und ist dann später ein richtig guter Architekt geworden. Schönen Feierabend, Frau Doktorin. Schönen Feierabend. Ach, Peter. Und auch Simon sollte ich wiedersehen. Bin ich zu spät? Ja. Ich hab's gewusst. Er war als Journalist für eine große englische Zeitung nach Berlin gegangen. Seine Eltern fand er da nicht mehr. Er brauchte wohl eine Zeit, bis er sich über alles im Klaren war. Schließlich lag ein Ozean zwischen uns. Los, Herr Leutnant, wir müssen verschwinden. Du verdammter Idiot! Er war halt recht. Ihr müsst verschwinden. Los! Don't move. Help us on the way. Stay calm. Los, haut's it up! Was wird das dir? Mir fällt schon irgendwas ein. Nur mach's schon! Was? Er krepiert. Das freckige Tommischwein krepiert. Ich lass dich hier nicht allein. Er ist tot. Friedrich, du musst gehen. Du machst es nur noch schlimmer, wenn du bleibst. Bitte, geh. Ist gut. Du musst gehen. Geil oder keinem. Ihr habt ihn gefunden und niemanden gesehen. Ihr habt ihn gefunden. Yes, Sir. See these? Footprints. Can you explain them? No, not yet. Captain, I want to know exactly what happened here, and I want everyone involved. Yes, but... Sir, I have new orders. Forget your orders. I need you here, now. Understood? Yes, sir. We've been so far. We've been waiting for it, until we wait for it. I can't do it anymore. I can't do it anymore. I can't do it anymore. I'm with the Flut. Then you'll land outside of the Internation zone. We'll get out of these two Britons. Let's go! Come on! Well, let's go. Ah-thul. Ah-thul! Was passiert denn jetzt? Wir werden uns jetzt verhören. Du meinst, die glauben uns nicht? Sieht nicht so aus. Kesa. Was? Ich wollte mit diesem Otto im Meer schwimmen. Was? Ich habe ihm das vorgeschlagen. Das war meine Idee. Ich konnte ja nicht wissen, was das für einer ist. Wir müssen doch dann glauben, der hat das wegen mir gemacht. Weil ich doch die Verlobte vom Markt bin. Die denken nur dann, ich stecke mit ihm unter einer Decke. Wir müssen uns jetzt ganz genau überlegen, was wir denen sagen. Meinst du, du schaffst das? Also, wir waren zusammen spazieren am Strand. Wir haben niemanden gesehen. Und als wir ihn gefunden haben, da war er schon... Entsame. Oh! All right, Letz, up! Hey! Bitte. Wir sprechen später. Friedrich! Mensch, endlich! Wo sind die anderen? Kettenhunde waren da, da haben sie mitgenommen. Der Bauer vom Niederbüllhof hat uns angezeigt wegen dem blöden Schwein. Mensch, wir müssen sofort verschwinden. Wie willst du denn hier rauskommen, Heinrich? Na, was denn? Schwimmen! Durch den Kanal! Dann schlagen wir uns zu meinem Mäusner Herne durch, die Zeit, dass ich mich da mal wieder blicken lasse. Was sag ich mit dem Jungen? Der war doch bei dir. Ja, leider. Ich deck sie mir in der Scheiße, Heinrich. Hä? Und was haben Sie beiden denn in den Dünen da gemacht? Ja, waren spazieren. Machen Sie das öfter? Spazieren gehen mit Ihrer Freundin? Nachts um drei? Das war so ne schöne Vollmondnacht. Ja, das liebte Deutschen. Diese romantischen Nächte. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Können Sie mir sagen, wann Sie Corporal Mark Fletcher zum letzten Mal gesehen haben? Gestern Abend. Und wo? In unserer Unterkunft, als er gegangen ist, gegen Mitternacht. Und wer war bei Ihnen? Diegge. 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 Auch gut, in MonsterSee. Sie haben mich richtig verstanden, Herr General. Appell in jedem Unterabschnitt. Jeder fehlende Mann ist zu melden. Das ist ein Befehl der britischen Militärregierung, den Sie auszuführen haben. Unmöglich? Haben Sie auch gewagt, das dem Führer zu sagen? Danke, wir verlassen uns auf Sie. Zur Karriere von Köln, danke. Jetzt sie doch. Meinst du, ein Mann schafft es, vom Festland aus zu uns rüber zu schwimmen? Wenn er ein guter Schwimmer ist, vielleicht. Wieso? Zwei deutsche Soldaten aus dem Internierungsgebiet. Elke hat erzählt, dass sie auf einmal vor ihnen standen. Der Corporate versucht, sie zu verhaften. Einer der beiden hat sie auf den Corporate gestürzt. Und dann fiel der Schuss. War das, ne? Wenn Elke das sagt. Was hast du um die Zeit am Strand gemacht? Eure Soldaten haben bei uns gefeiert. Auch der Corporate. Da wollte ich nicht dabei sein. Hast du die beiden Deutschen auch gesehen? Ich hab den Schuss gehört und Elkes Schreie. Dann bin ich hin. Da lag der Corporate schon auf dem Boden. Und dann? Hab ich mich um den verletzten Corporate gekümmert und Elke gesagt, sie soll Hilfe holen. Elke hat gesagt, der, der geschossen hat, war der Jüngere von den beiden. Fast noch ein Kind. Ja? Ich hab das Gefühl, sie wird einen anderen decken. Wieso? Wieso was? Wieso sollte sie ihn decken wollen? Sie kannte ihn doch gar nicht. Bist du dir da sicher? Bist du dir da sicher? Was hast du denen gesagt? Nichts. Der Käpt'n hat gewusst, dass da zwei deutsche Soldaten waren. Die wussten, dass ich mit Marc zum Strand bin. Monika hat uns gesehen. Aber ich hab denen gesagt, dass es Otto war. Das glauben sie dir aber nicht. Was machen wir denn jetzt? Elke, du musst die Wahrheit sagen. Dass Otto versucht hat, dich zu vergewaltigen und Friedrich dir geholfen hat. Das kann ich nicht, Gesa. Du weißt, dass das nicht geht. Du weißt? Du weißt? Du weißt? Du weißt? Brunette. Rather pretty. Don't you think? Ja, Sir. Du weißt, dass du sie von den Gallows gehst. Ja, Sir. Oberst Carsten meldet, Unterabschnitt des Internierungsgebietes G angetreten, Herr General. Drei Mann fehlen. Three men are missing, Major. Wer sind die Männer? Ein Leutnant und zwei Mann aus seiner Einheit. Unsere Feld-Gendarmerie ist ihnen schon auf der Spur. Das da drüben, das ist der Sauhaufen. Die haben gestern einem Bauern ein Schwein gestohlen. Die drei sind entflohen, als meine Feldjäger sie in Arrest nehmen wollten. Wann war das? Gestern Abend. Sind wahrscheinlich Richtung Kanal. Die würden doch nicht zu euch Engländern rüberschwimmen. Was machen die denn da? Die suchen nach uns. Ich muss zurück, Heinrich. Ich kann Gesa und Elke nicht allein lassen. Die hängen dich auf. Glaubst du, fragt noch einer, ob Otto das war oder du? Das ist Kasten. Flank, Kass. Ich leck sie ab. Mach's gut an mich. Was? Pass auf dich auf, was? Hey! Da ist schon mal der Leutnant, Herr General. Die beiden anderen werden wir auch bald haben. Danke. Sie können gehen. Ihre Männer auch. Moment mal. Der Leutnant steht unter meiner Kommandogewalt. Sie können gehen, Kasten. Los, abtreten! Name? Leutnant der Infanterie Hartmann. Sie wissen, warum Sie hier sind? Vermute mal wegen der Sache mit dem Schwein. War das Ihr Befehl? Nein. Setzen Sie sich. Warum sind Sie denn abgehauen? Ich war nicht da, als die Fälsche an der Meri eintraf. What does he say? He said he wasn't there when his soldiers were arrested. Where waren Sie denn? Spazieren am Strand. He was walked. For a walk. On the beach. So. This is supposed to be the glorious German Wehrmacht. Of course not. Die Gunther noch. Ja. Und Sie wollen uns nicht sagen, vor sich gewesen zu. Die Flut schlägt gleich um. Du musst mich beeilen. Komm nicht mehr. Das ist zu gefährlich. Du meinst wegen der Haie? Blöd, Mann. Hier. In zwei Wochen bin ich wieder da. Pass auf dich auf. Die fressen mich nicht. An mir ist nichts dran. Ach. Das hab ich fast vergessen. Ja. Vor allem Tommys? Nein. Das nur für dich. Das ist gut. Maschut. Das ist gut. Ja. 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 Seit sechs Wochen war Frieden. Die Wehrmacht hat endlich kapituliert. Friedrich war mit tausenden deutscher Soldaten drüben auf dem Festland interniert. Ich selbst arbeitete hier auf der Insel für die englischen Besatzungsgruppen. Es war Sommer und wir träumten vom Leben. Aber bald schon merkten wir, dass der Krieg für uns noch nicht zu Ende war. Wo kommt die denn her? Na, was wohl? Die Geser? Du siehst auch nicht aus, als ob du die letzte Nacht in deinem Bett verbracht hast. Ich weiß nicht, dass der Krieg von der Plastik aus der Stadt einstellennet. Na, Herr Leutnant, wie war das Wasser? Was machst du hier? Ich habe auf Ihre Sachen aufgepasst, solange Sie drüben waren. Gerne auf den Nordstrand. Warum nehmen Sie mich nicht mal mit? Ich bin ein guter Schwimmer. Weil man das nicht kann, darüber schwimmen. Die haben wieder welche von der SS geschnappt. Und Mark. Wo hast du den denn hier? Und Mark. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Oh. Guten Morgen, Milady. You're making fun of me. Das würde ich nie wagen. Morning. Morning. Morgen. Ich habe mir die Tasche eingerissen. Na, wie konnte denn das passieren? Ich habe ja auch noch Ihren Pullover, den ich stopfen sollte. Ich habe ihn auch gewaschen. Elke, holst du den mal bitte? Sehr wohl, Hoheit. Das kann man nähen. Ich mache Ihnen das gleich. Wirklich? Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ja, danke. Na? Wo haben Sie so gut nähen gelernt? Ist sie Schneiderin? Nein. Sie ist Ärztin. Wirklich? Elke übertreibt. Ich habe ein paar Semester Medizin studiert. Ja, das müssen Sie unbedingt weitermachen. Sie haben gut reden. Warum denn nicht? Na, die Welt da draußen in Trümmern liegt. Oder habe ich was verpasst? Nein, leider nicht. Na, na, echt ich hier rein. Danke. Ich muss hier endlich weg, Friedrich. Mach mir Sorgen, was mein Mäuschen in Herne so macht. So wenig Vertrauen in die Heimatfront? Ich habe mir was von einem Hanne geschrieben. Einer von einer Partei. Na also. Was machst du dir Sorgen? Den haben die Briten längst einkassiert. Was mit deiner Kleene da drüben? Du hast schon einen Antrag gemacht. Antrag? Ich weiß ja noch nicht noch, was aus mir wird. Von Kastens Staat hat einer gemeint. Die Tommys machen zusammen mit uns gegen die Russen weiter. Zusammen mit den Amis. Glaubst du das, wenn ihr misst? Mit uns will keiner mehr, Heinrich. Gott sei Dank. Na, Kameraden! Was sagt ihr dazu? Woher hast du das? Na unten, vom Niederbüllhof. Geklaut? Hat er in den Stall ausgemistet. Dafür gibt dir der Bauer höchstens eine Schmalzstulle. Bring's zurück, bevor dich Kastens Fälscher in den Arm erwischen. Wenn wir's nicht nehmen, nehmen's die Kulacken. Recht hat der Junge. Friedrich, jetzt gönn uns doch den Sonntagsbraten. Er macht's auch nicht wieder. Stimmt's, Junge? Macht doch, was ihr wollt. So. Gestern hat er mich gefragt. Was hat er dich gefragt? Ob ich mit will nach Glasgow. Ach, wie hat er das denn gemacht? Er kann doch gar kein Deutsch. Come with me. Das ist eindeutig. Was hast du gesagt? Yes! Haha! Gut gemacht! Wenn das die Tommys sehen, dann lass uns noch früher antreten. Okay. Wo bleibt ihr denn? Warum nimmst du denn nicht einen von den Englandern an? Die können dir wenigstens was bieten. Ich glaub's doch nicht im Ernst, dass dein Corporal dich mit nach England nennt. Was tun sie ihn? Das ist so. Das ist so. Captain, nicht jeder, der in der Waffen-SS war, ist auch ein Kriegsverbrecher. Brett, halt auf! Was ist da so lustig? Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal vom englischen Offizier in Hitlergruß hinrichten muss. Shut up! Ich hoffe, dass Sie endlich die Schnutze voll haben, von Hitlergruß. Herr Leutnant. Und wie? Wie? Noch so eine Bemerkung und ich lasse Sie und Ihre Männer hier Strafe exerzieren. Wenn Sie die nicht richtig rannehmen, haben Sie hier bald Sodo und Gomorra. Was ist mit den Männern da hinten? Ehemalige polnische Fremdarbeiter. Unsere Feld-Gendarmerie hat sie beim Plündern erwischt. Ich bitte Befehle, wegen weiterer Verwendung. Lassen Sie sie laufen. Wie bitte? Die sollte man aufknüpfen. Der eine wollte den Bauern gerade den Bauch aufschlitzen. Wer hier aufgeknüpft wird, entscheiden jetzt wir. Ja, tun Sie, was ich sage. Du befehle, Captain. Ich muss mich beeilen. Viel Spaß. Nein, gentlemen. Kommen Sie da etwa rein? Nein, nein. Warten Sie. Ich bringe Sie nach Hause. Sie bringen sich nur in Schwierigkeiten. Ach, kommen Sie schon. In die Zeit sollten Sie nicht alleine gehen. Aus dem Festland treiben sich Banden da rum und lassen den Zwangsarbeiter. Wie sollen die denn hier rüberkommen? Der Damm wird doch gut bewacht. Sie haben recht. Dürfte ich Sie trotzdem begleiten? Erzählen Sie was von sich. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Meine Familie kommt aus Hamburg und da habe ich auch studiert. Und dann wurde ich zum Sanitätsdienst eingezogen. Ist was? Kommen Sie. Ist Ihnen doch unangenehm, mit mir gesehen zu werden? Nein. Ich will doch nicht Ihren guten Ruf ruinieren. Habe ich den denn? Meine Männer nennen Sie The Chased. Die Keuscher. Sind Sie das denn nicht? Nein. 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 Was haben Sie vor? Wir nehmen den Jeep. Kommen Sie schon. Ah! 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 Blut, ja! Danke. Soll ich mich dafür einsetzen, dass Sie wieder als Krankenschwester arbeiten können? Das würden Sie tun? In Hamburg gibt es ein Krankenhaus von der Army. Sie suchen Krankenschwestern. Darf ich Sie auch mal was fragen? Gerne. Sie waren mal Deutscher, oder? Meine Eltern haben mich rechtzeitig weggeschickt. Mein Vater hatte einen Geschäftsfreund in London, bei dem ich als Rechtsanwalt arbeiten konnte. Ich hatte Glück. Glauben Sie, dass irgendjemand noch was mit uns zu tun haben will? Nach all dem? Ich sitze noch neben Ihnen. Ich sitze noch neben Ihnen. Ich muss los. Ich helfe Ihnen mit dem Fahrrad. Und was heißt, magst du Kinder? Und was heißt, magst du Kinder? Would you prefer a boy or a girl? Would you prefer a boy or a girl? Esa, kommen Sie schnell. Ich brauche Sie. Er ist auf eine Miene getreten. Der Doktor schafft es nicht alleine. Ich bin nicht in einem Krankenhaus. Warum bringen Sie ihn nicht in ein Krankenhaus? Mr. Han ist einfach blutet. Das war's. Mortimer? Das ist die Frau, die ich habe. Eine Experten-Surgical-Nurse. Haben Sie die Amputation? Ja. All right, dann, lasst du es. Danke. Simon, ihr besser warten. Und wie geht's? Sie war perfekt. Excellent work, junge Frau. Vielen Dank. Danke. Sie hätten nicht warten müssen. Ich wollte doch wissen, ob der Junge es schafft. Wir mussten sein Bein bis zum Knie amputieren. Aber er war ganz tapfer. Er hat mich gerade gefragt, ob das Bein wieder nachwächst. Was haben wir gesagt? Dass das nicht geht. Aber dass er bestimmt ganz bald ein schönes, neues Bein bekommt. Geht's wieder? Kommen Sie. Ich möchte Ihnen was zeigen. Waren Sie schon mal hier? Ja, ich komme manchmal mit den anderen Mädchen her. Ach, alles Schöne auf der Insel kennen Sie schon. Trotzdem danke. Ich hätte Ihnen das nicht zumuten sollen. Ich bin froh, dass Sie es getan haben. Wirklich? Ja. Wirklich? Wirklich? Und, hält das Wetter? Wirklich? Keine Ahnung. Nehmen Sie mich mal mit? Wohin? Na rüber zur Insel. Du bist ja verrückt. Ich kann ja verstehen, dass Sie nicht teilen wollen. Aber sind denn nicht genug Weiber für uns beide? Halt die Klappe! Geser heißt sie, was? Ich habe Ihr Bild gesehen da in Ihrem Soldbuch. Wir konnten es ja nicht mitnehmen nach drüben. Wäre ja nass geworden. Hast du es einem erzählt? Noch nicht. Weil ich ja weiß, dass Sie mich heute mitnehmen. Der Otto spioniert mir nach. Solange er dir nicht hinterher schwimmt. Ich will nicht, dass Geser Probleme kriegt. Worteilung stillgestanden! Eine von der 841. hat vor's Kriegsgericht gestellt. Weil er Baden war am Strand. Ich schwimme heute Abend trotzdem wieder. Ich habe dich überall gesucht. Ich habe heute meinen freien Tag. Ich weiß. Was liest du denn da? Shakespeare? Auf Englisch? Habe ich in eurer Bibliothek ausgeliehen. Ich habe Neuigkeiten. Ja. In Potsdam findet eine große Konferenz statt. Deshalb bin ich zum Stab von Montgomery abgeordnet worden. Es geht um die Zukunft Deutschlands. Ist ja großartig. Gesa, würdest du auf mich warten? Wie meinst du das? Ich weiß, wir kennen uns kaum. Eigentlich erst seit zwei Wochen, aber... Das ist doch verrückt. Ich bin eine Deutsche. Wie soll das denn gehen? Kannst du dir vorstellen, eines Tages mit mir nach England zu gehen? Ich möchte, dass du weißt, dass es mir ernst ist. Und wann fährst du? Morgen früh. Sehen wir uns nochmal? Warum nicht? Ich mag keine Abschiede. Juhu! Für Sie, Herr Leutnant. Nein, danke. So etwas Gutes kriegen Sie so schnell nicht wieder. Oder wir hatten da drüben etwa volle Zöpfer von uns. Wir müssen uns beeilen. Zu Befehl! Das ist los. Los. Komm. Komm. Los. Das ist das. Das war's für heute. Du weißt, was passiert, wenn die Tommys uns entdecken? Wenn sie einen von uns erwischt, ist er allein hier, klar? Ja. Friedrich! Wer ist das denn? Otto Kessler aus Hinsterwald über Berlin. Der Herr Leutnant war so freundlich, mich mit rüberzunehmen. Tut mir leid, ging nicht anders. Werd doch nicht stören. Bei Sonnenaufgang treffen wir uns genau hier. Wenn du nicht da bist, kannst du sehen, wie du alleine rüberkommst. Vielleicht will ich ja gar nicht mehr rüber. Komm, wir gehen. Ich sollte ihn hier nicht rumlaufen lassen. Die Engländer feiern heute bei den Mädchen. Die sind jetzt schon alle betrunken. Willst du da nicht mitfeiern? Nachher verpasst du noch was. Du spinnst ja. Du zitterst ja. Ist der kalt? Nein. Ich muss mal mit dir reden. Ja. Ich werde weggehen. Wieso wohin denn? Nach England. Nach England? Es gibt da einen Offizier. Simon. Er kommt eigentlich aus Berlin. Mit dem habe ich mich ein paar Mal getroffen. Das glaube ich nicht. Nicht du. Doch. 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 Ach. 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 Nicht hier. Hier sehen uns doch alle. Marc. Come on down. We can't wait even longer. Mach aber schnell! Der Huck, du bist so schwer. Come on! Das glaube ich nicht. Ich schwimme alleine. Bitte verraten Sie mich nicht. Wo kommst du her? Vom Festland. Ich bin rüber geschwommen. Du spinnst ja. Ich bin internierter Soldat. Wenn die Briten mich erwischen, erschießen die mich. Dann lassen Sie lieber schnell verschwinden. Sag doch irgendwas. Was soll ich denn sagen? Herzlichen Glückwunsch. Friedrich, du musst mir das glauben. Ich habe es nicht drauf angelegt. Aber es ist nun mal passiert. Und Simon ist... Farbe mir die Einzelheiten. Ich hoffe nur für dich, er meint es ehrlich. Was? Friedrich! Du drehst dich erst rum, wenn ich es sage. Nicht gucken! Komm nicht, bevor ich im Wasser bin. Was? 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 Ich dachte, du warst Kampfschwimmer! Kalt! Wenn du zu nah kommst, schreie ich. Wie heißt denn du? Elke. Otto. Du bist mir ein toller Hecht, Otto. Was freundest du mit denen da oben? Es geht dir nichts an. Hey, lass das! Hast du mit dem Trommi da oben noch aufgemacht? Was? Was ist da so dein Schreier?! Friedrich! Es tut mir so leid. Verrückte Zeiten sind das, was? Ja. Für dich wär ich bis nach Amerika geschwommen. Bitte hör auf. Wenn ich dich jetzt fragen würde, ich meine, ich kann dir keine Zukunft versprechen, so wie er, aber würde das was ändern? Nein. Besser, ich geh mal den Jungen suchen. Ich will gleich los, bevor die Tide umschlägt. Hilfe! Hilfe! Friedrich, pass auf! Hilfe! 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 Versteh, verdammt! Gott, Mann! Was hältst du dich denn da an? Wir haben doch nur ein bisschen Spaß gehabt. Was, Elke? Warum gucken Sie denn so, Herr Leutnant? Sie haben doch mit dem Herrn Leutnant auch nicht nur Händchen gehalten. Hau ab! Und sieh zu, wie du alleine wieder zurückkommst. Das können Sie ja nicht machen. Herr Leutnant, bitte! Verschwinde! Verschwinde endlich! Hau ab! Willst du nicht warten, bis es vorbeigezogen ist? Ich muss die Flut erwischen, sonst schaffe ich es nicht. Mach mir nur Sorgen um den Jungen. Wegen dem schnappen sie dich noch. Was ist mit ihr? Um sie brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Sie ist froh, dass du ihr geholfen hast. Bring sie nach Hause. Ich wünsch dir Glück. Ja. Kann ich brauchen. Ich werde zur Fremdenlegion gehen. In Heide haben die ein Rekrutierungsbüro. Nein, mach das bitte nicht. Außer Soldat habe ich nichts gelernt. Du hast studiert, Friedrich. Die Briten werden die Universitäten wieder aufmachen. Die wollen Deutschland wieder aufbauen, sagt Zayn. Da brauchen sie auch Architekten. So, sagt er das. Ja. Du hast doch gesagt, er ist Jude. Warum sollt ihr ein Jude Deutschland wieder aufbauen wollen? Don't move! Don't move! Ich kenne ihn nicht. Der war plötzlich da. Glaub mir. I don't know him. Please. Ich war nur am Strand. Ich wollte schwimmen. Ich war auch nicht. Ich war auch nicht. Ich war nur am Strand. Ich bin schlappen. Das ist ein Problem. Ah, Captain. Sir, you called me? Captain. Tell the Captain what we've just been discussing. Ja. Es geht um Leutnant Hartmann. Der Major erzählte mir, sie leiten die Ermittlungen gegen ihn. Ja. Please, gentlemen, take a seat. Bitte. Wann ist mit dem Prozess zu rechnen? Wir suchen noch den zweiten Mann, diesen Otto Kessler. Wieso? Der Leutnant hat doch gestanden. Weil immer noch die Frage besteht, wer von den beiden geschossen hat. Captain. Die Soldaten von Leutnant Hartmanns Zug wurden vor zwei Tagen von einem unserer Militärgerichte wegen Plünderung zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Da haben wir auch nicht gefragt, wer das Schwein geschlachtet hat. Bei allem Respekt. Ich lasse mir nicht von einem General des Führers sagen, wie ich meine Untersuchung zu leiten habe. Sir, Sie kommen aus Berlin? Sagt der Major. Ja. Ich nehme an, Sie hatten gute Gründe, das Land zu verlassen. Bemerkenswert, dass Sie sich so im Griff haben, Captain. Eine Hochachtung. Wie dem auch sei, Ihre Militärregierung hat mir befohlen, im Internierungsraum für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ausdrücklich unter Beibehaltung von Befehlsstruktur und Militärgerichtsbarkeit der Wehrmacht. Diesem Befehl werde ich folgen. Ich habe deshalb den Major gebeten, Hartmann der deutschen Militärjustiz zu überstellen. Das war die Sie sind in der Pflicht. Sie sind in der Pflicht. ихhund. Herr, leine! Herr, leine! Gott! Wo bringen Sie ihn hin? Wir übergeben ihn an die Wehrmacht. Er kommt vor ein deutsches Kriegsgericht. An die Wehrmacht? Es tut mir leid. Dann wollen wir das mal zu einem Ende bringen. Was? Darf ich Ihnen Marine Stabsrichter Müller vorstellen? Er vertritt die Anklage in den Prozess gegen Leutnant Hartmann. Mich hat der General zum Verhandlungsleiter ernannt. Angenehm. Umdrehen! Das ist der, was? Danke. Dem Angeklagten wurde übrigens das Recht auf einen Verteidiger eingeräumt. Ist das nicht selbstverständlich? Nach der Kriegsstrafverfahrensordnung der Wehrmacht, die er laut Ihrem Befehl Nummer 153 nach wie vor anzuwenden, ist nur eine Kannvorschrift. Aber der Leutnant hat abgelehnt. Würde ihm sowieso nichts nützen. Sagen Sie mal, was wollte der Leutnant eigentlich bei Ihnen auf der Insel? Habe dazu nichts in Ihrem Bericht gefunden. Warum fragen Sie ihn das nicht selbst? Das habe ich schon. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der jemanden becken will. Wieso? Was ist denn mit diesen Marina-Helferinnen? Was haben die denn um die Zeit am Strand gemacht? Wenn Sie die beiden wegen Verletzung der Ausgangssperre dran kriegen wollen. Die gilt nicht auf der Insel. Die Käpt'n, auf ein Wort. Nur für den Fall. Was ein Todesurteil ergeht. Dann bin ich für die Vollstreckung verantwortlich. Und? Was wollen Sie? Ja, Sie als Besatzungsmacht. Sie können ihn aufknüpfen. Aber wenn wir von der Wehrmacht das machen, dann hat er als Offizier Anspruch auf ein Erschießungskommando. Und dafür brauchen wir Karabiner. Also 20 Stück würden reichen. Noch ist er nicht verurteilt. Gib dir den Moralapostler und wir müssen die Drecksarbeit machen. Elke? Von der Wehrmacht. Ihr müsst zu dem Kriegsgericht aussagen. Nein, James sagt, Sie haben die Leiche von dem Jungen gefunden. Sieht nicht gut aus für deinen Leutnant. aus für deinen Leutnant. Die Leuchten. Sieht nicht gut aus für deinen Leutnant. Sieht nicht gut aus für deinen Leutnant. Soll ich wieder gehen? Ich wollte mich von dir verabschieden. Du gehst weg? Ja. An unserer Seite ist die Untersuchung abgeschlossen. In zwei Tagen erwarten sie mich in Berlin. Und der Prozess? Der ist jetzt Sache der Deutschen. Wir haben dich vorgeladen? Ja. Was willst du sagen? Die Wahrheit. Du kannst ihm nicht helfen. Du kannst nur dich in Schwierigkeiten bringen. Also? Was rätst du mir? Wie habt ihr euch eigentlich hingeladen? Im Lazarett. Er kam schwer verbundet mit einem Transport aus Königsberg. Er hat wirklich Glück gehabt. Da sind nur ganz wenige rausgekommen. Dann hast du dich in ihn verliebt. Und er ist für dich durch das Meer geschwommen. Das wolltest du auch tun. Wahrscheinlich wär's sogar ein Ozean gewesen. Du glaubst gar nicht, wie glücklich mich das gemacht hat. Danke, dass du nochmal gekommen bist. Ja. 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 Sie werden aufgerufen. Ja. 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 Hey, are you having any problems? Yeah, bloody American cars. Where are you going? I'm going to Hamburg. Hamburg? Great, can you take me with you? Yes, place free, hop in. So where did they send you to? Berlin. Oh, Jesus, Berlin is brilliant. It's completely destroyed, it's like a desert. There's only ruins as far as you can see. Oh, gee, I love it. You fucking shit-hulled, yeah! The fucking Germans, I'm telling you now. Look, those Germans blew that away, I'm telling you now. And do you know what I did before I picked you up? I took 40 guns over to hide it for those fucking bastards. Do you know why? Do you know why? Because they wanted to execute one of their own offices. Isn't that crazy? Isn't it absolutely crazy? We bring them guns so they can kill the lorry. What? Stop the lorry! Die Zeugen runter. Sie sind die Marinehelferin Gesa Runge, geboren am 19.03.1924 in Hamburg? Ja. Marinehelferin Runge, Sie stehen hier vor einem Militärgericht. Die vorschriftsmäßige Antwort, wenn Sie der Verhandlungsleiter etwas fragt, lautet, jawohl, Herr Oberst. Haben Sie das verstanden? Ja. Marinehelferin Runge, ist Ihnen der angeklagte Leutnant persönlich bekannt? Angeklagter! Sie haben sich hier nur zu äußern, wenn Sie gefragt sind. Also noch mal. Thank you. Wie gut kennen Sie ihn? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Er ist mein Verlobter. Sie wussten also, dass der Leutnant zur Insel kommen wollte? Ja. Sie haben ihn erwartet? Ja. Und weiter? Als er dann kam, war er nicht alleine. Der Junge war bei ihm. Ich habe ihm deshalb Vorwürfe gemacht. Was hatten Sie denn vor mit dem Herrn Leutnant, dass Sie mit ihm unbedingt alleine sein wollten? Ich machte ihm Vorwürfe, weil er sich dadurch in Gefahr gebracht hat. Sie wussten also, dass das Fahnenflucht war, was der Leutnant da machte. Fahnenflucht? Was ist es denn sonst, wenn ein Leutnant sich gegen alle Befehle von seiner Truppe entfernt? Die Marinehelferin will mir nur den Hals retten. Ich möchte nicht, dass Sie meinetwegen ein Mein-Eid begeht. Schätzen Sie sich! Sprechen Sie weiter, Marinehelferin. Wir haben den Jungen dann weggeschickt. Gesa, hör auf. Es hat keinen Sinn. Ich verweise Sie des Zahles, Leutnant. Das wird Sie auch nicht retten. Abführen! Ihr sollt Buch erläutern. Ich bin ein Fahnen. Also, ich bin ein Fahnen. Ich bin ein Fahnen. Sie können gut zeichnen. Danke. Was ist denn? Die haben Friedrich. Kennen Sie den Mann? Nein. Sie kennt mich. Woher? Ich war gestern Nacht hier auf der Insel. Und die Waffe des Corporals? Ich habe sie ins Meer geworfen, bevor wir zurück geschwommen sind. Und der Janne? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn auf Sie aus den Augen verloren. Wir hatten unsere Sachen in einem alten Flakbunker versteckt. Als Sie zurückkamen, lagen Sie noch da. Wollen Sie noch was sagen? Hätten Sie vielleicht eine Zigarette für mich? Sie müssen das Protokoll noch unterschreiben. Soll ich es noch einmal vorlesen? Nein. Sie hat mir von Ihnen erzählt. Wenn es nicht passiert wäre, dann wären Sie jetzt wahrscheinlich ein glücklicher Mann. wenn was nicht passiert wäre. Adolf Hitler? Der Krieg? Setzen Sie sich. Er hat gestanden. Was hat er gestanden? Dass er mit dem jungen Gefreiten rüber geschwommen ist, dass der Corporal sie am Strand erwischt hat und er sie verhaften wollte. Und von mir hat er nichts erzählt? Er hat gesagt, du bist erst gekommen, als der Corporal bereits getroffen am Boden lag. Du weißt, dass er lügt. Ich hätte dir von ihm erzählen müssen. Ich kann bezeugen, dass Otto geschossen hat. Das nützt ihm auch nichts mehr. Wer soll dir noch glauben? Du hast schon einmal gelogen. Simon, ich weiß, ich kann nichts verlangen. Aber Friedrich ist unschuldig. Hat er dir denn nicht erzählt, dass der junge Elke vergewaltigen wollte? Er hat das verhindert. Er hat ihn weggeschickt. Was willst du mir eigentlich erzählen? Dass dein Leutnant ein Held ist? Der Junge hat das Gesicht verloren. Wahrscheinlich hat er gedacht, er kann seinen Fehler wiedergutmachen, indem er Friedrich zur Flucht verhilft. Dein Freund kann nur noch der Junge retten. Wenn er die Tat gesteht. Ich dachte, ihr seid gekommen, damit endlich die Gerechtigkeit siegt in diesem Land. Wir sind gekommen, weil ihr Mord und Vernichtung über Europa gebracht habt. Und du meinst, da kommt es auf einen zu Unrecht hingerichteten deutschen Leutnant auch nicht mehr an? Sie haben am Kanal einen deutschen Soldaten aufgegriffen. Er wollte die Schwerzone verlassen. Vielleicht ist er das. Sie wissen es nicht. Er hatte kein Soldbuch dabei. Du kannst gehen. Du bist frei. Dein Leutnant hat dich entlastet. Aber falls es dieser Otto ist und er es abstreitet, wie willst du ihn dann erkennen? Halt dich da raus. Glaub mir, es ist besser für dich. Bitte. Also gut. Komm. Mich geht das ja nichts an, aber das ist jetzt schon der dritte, den Sie diese Woche aus dem Kanal gezogen haben. Muss man denn da gleich schießen? Die wollen doch auch nur nach Hause, die armen Kerls. Mäuschen. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Wegen Hande. Wegen Hande. Du hast mir doch geschrieben. Es gibt keinen Hande. Hat nie eingegeben. Keine Hande. Nein. Jetzt ruhe dich erst mal ein bisschen aus. Mäuschen. Du weißt das nun? Es ist nicht der Mann, der wir gesucht haben. Das muss es sein. Warte auf mich. Das muss es sein. Ist er das? Ja. Wahrscheinlich ist er trunken. Aber vielleicht ist er auch einfach irgendwo außerhalb der Internierungszone an Land gegangen und versteckt sich da. Ich weiß einfach, dass Friedrich unschuldig ist. Keiner von euch ist unschuldig. Simon hat mir fünf Minuten gegeben. Warum bist du hier? Dann kannst du es noch schwierig sein. Ottos Uniform ist gefunden worden. Sie war noch im Bunker am Deich. Dann hat er es nicht mehr geschafft. Warum sagst du nicht, wie es wirklich war? Mach dir jetzt vor, Gesa. Einer ihrer Soldaten ist erschossen worden. Das können sie nicht durchgehen lassen. Einer muss hängen. Friedrich, wir beide wissen, wie es wirklich gewesen ist. Und Elke. Es wird ein Verfahren geben mit Zeugen und einem Verteidiger. Die britische Armee ist nicht der Volksgerichtshof. Warum soll ich dich damit reinziehen? Das ändert doch nichts. Wenn du wüsstest, wie oft ich in den letzten Jahren dem Tod von der Schippe gesprungen bin. Ich wundere mich doch selber, dass ich noch lebe. Soll ich versuchen, einen guten Verteidiger für dich zu bekommen? Du meinst, weil du so gute Beziehung zu den Ingländern triffst? Weil ich dir helfen will. Halt dich da raus. Denk an deine Zukunft. Wenn du wüsstest, wie leid ich das bin. Dieses Opfergehabe. Geht das denn nie aus euren Köpfen raus? Dann ist ja alles gesagt. Ja. Elke. Wo bist du gewesen? Du musst mit dem Käpt'n reden. Sag, wie es wirklich gewesen ist. Friedrich wird sonst hingerichtet. Das habe ich doch schon. Du musst sagen, dass Otto versucht hat, dich zu vergewaltigen. Sie hängen ihn doch sowieso, sagt Monika. Das weiß sie von ihrem Lenz Corporal. Du weißt, dass er es nicht gewesen ist. Bitte ändere deine Aussage. Ich kann ihm nicht helfen, Lisa. Es tut mir leid. Geht endlich Ruhe. Wir haben schon genug Schwierigkeiten wegen dir und deinem Leutnant. Mein James hat Ausgangssperre bekommen, weil er gegen das Fortanisierungsverbot verstoßen hat. Die anderen auch. Nun. EIND-JESZT 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 Wo bringen Sie ihn denn jetzt hin? Nach Schottland. Da wird er von seiner Familie beerdigt. Wie wäre es zur Abwechslung und mitarbeiten? Das ist die Hand der Hilden Adolf Hitler. Das ist die Hand der Hilden die Stadt. Das ist die Hand der Hilden über die Polis, Jugoslav, Franz, und Norwegen, die Hilden. Das ist die Hand der Hilden. Das ist die Hand der Hilden. Das ist die Hand der Hilden, massacreden, Chets, Jews. Das ist die Hand der Hilden. Das ist nicht die Hand der Hilden, du kannst in der Hilden. Das ist die Hand der Hilden. Was ist das? Was ist das Nazi-Hwar? Was ich? Ich habe Ihr Report, Captain. Sie haben zwei Fragen, um die German officer zu tun. Was er es für ihn, nicht der Herr Private? Er hat er gesagt, er hat er gesagt, Sie müssen die anderen, und er sagt, was diese Nazi-Bastards did to your people. Was hatten Sie denn vor, mit dem Herrn Leutnant, dass Sie mit ihm unbedingt alleine sein wollten? Ich machte ihm Vorwürfe, weil er sich dadurch in Gefahr gebracht hat. Sie wussten also, dass das Fahnenflucht war, was der Leutnant da machte. Fahnenflucht? Was ist es denn sonst, wenn ein Leutnant sich gegen alle Befehle von seiner Truppe entfernt? Die Marinehelferin will mir nur den Hals retten. Ich möchte nicht, dass Sie meinetwegen ein Mein-Eid begeht. Schätzen Sie sich! Sprechen Sie weiter, Marine, Herr Helferin. Wir haben den Jungen dann weggeschickt. Lisa, hör auf. Es hat keinen Sinn. Ich verweise Sie des Zahles, Leutnant. Das wird Sie auch nicht retten. Abführen! Herr Vorsitzender, die Marinehelferin Runge hat sich soeben eindeutig bezichtigt, den Leutnant zur Fahnenflucht aufgefordert zu haben. Außerdem besteht begründeter Tatverdacht, dass sie Beihilfe geleistet hat beim Mord an Corporal Fletcher. Ich beantrage deswegen, die Marinehelferin in Gewahrsam zu nehmen und das Verfahren auf morgen zu vertagen. Dem Antrag wird stattgegeben. Abführen! What are you doing here, Captain? You were given clear instructions. Yes, sir. Can you explain yourself? No, sir. You have a choice. Either you go to Berlin immediately or you discharge yourself from His Majesty's army. Understood? Yes, sir. Dismissed. Die Welt da draußen in Trümmern liegt oder habe ich was verpasst? Nein, leider nicht. Eine echte Schurin. Danke. Ich muss hier endlich weg, Friedrich. Mach mir Sorgen, was mein Mäuschen in Herne so macht. So wenig Vertrauen in die Heimatfront? Wer wird von einem Hanne geschrieben? Einer von einer Partei. Na also. Was machst du dir Sorgen? Den haben die Briten längst einkassiert. Was mit deiner Kleene da drüben? Du hast schon einen Antrag gemacht. Antrag. Ich weiß ja noch nicht mal, was aus mir wird. Von Kastens Staat hat einer gemeint, die Tommys machen zusammen mit uns gegen die Russen weiter, zusammen mit den Amis. Glaubst du das, wenn ihr Mist? Mit uns will keiner mehr, Heinrich. Gott sei Dank. Was sagt ihr dazu? Woher hast du das? Na unten, vom Niederbüllhof. Geklaut? Habt ihr in den Stall ausgemistet? Dafür gibt dir der Bauer höchstens eine Schmalzstulle. Bring es zurück, bevor dich Kastens Fälscher in den Arm erwischen. Wenn wir es nicht nehmen, nehmen sie Polacken. Recht hat der Junge. Friedrich, jetzt gönn uns doch den Sonntagsbraten. Er macht es auch nicht wieder. Stimmt's, Junge? Macht da, was ihr wollt. Was hat er dich gefragt? Was hat er dich gefragt? Ob ich mit will nach Glasgow. Ach, wie hat er das denn gemacht? Er kann doch gar kein Deutsch. Come with me. Das ist eindeutig. Was hast du gesagt? Yes! Gut gemacht. Lass mal. Gleich los. Wenn das die Tommys sehen, dann lassen sie uns noch früher antreten. Wo bleibt ihr denn? Warum nimmst du dir nicht einen von den Englandern? Die können dir wenigstens was bieten. Ich glaube zwar nicht im Ernst, dass dein Corporal dich mit nach England nimmt. Was tun sie ihn? Was tun sie ihn? Was tun sie ihn? Was tun sie ihn? Wir warten da, bis ins Latine-Straum wieder rauszieht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin mit der Flut. Dann landest du außer der Internierungshone. Wir schnappen nicht die Briten direkt. Los, los! 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 Otto! Was passiert denn jetzt? Wir werden uns jetzt verhören. Du meinst, die glauben uns nicht? Sieht nicht so aus. Kiesa. Was? Ich wollte mit diesem Otto im Meer schwimmen. Was? Ich habe ihm das vorgeschlagen. Das war meine Idee. Ich konnte ja nicht wissen, was das für einer ist. Wir müssen doch dann glauben, der hat das wegen mir gemacht. Weil ich doch die Verlobte vom Markt bin. Die denken nur dann, ich stecke mit ihm unter einer Decke. Wir müssen uns jetzt ganz genau überlegen, was wir denen sagen. Meinst du, du schaffst das? Also, wir waren zusammen spazieren am Strand. Wir haben niemanden gesehen. Und als wir ihn gefunden haben, da war er schon... Was? 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 Nein. Nein, nein. 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 Wir sprechen später. Friedrich! 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 Ich hab dich überall gesucht! Ich hab heute meinen freien Tag! Ich weiß! Was liest du denn da? Shakespeare? Auf Englisch! Hab ich in eurer Bibliothek ausgeliehen! Neuigkeiten? Ja! In Potsdam findet eine große Konferenz statt. Deshalb bin ich zum Stab von Montgomery abgeordnet worden. Es geht um die Zukunft Deutschlands. Ist ja großartig! Geser, würdest du auf mich warten? Wie meinst du das? Ich weiß, wir kennen uns kaum. Eigentlich erst seit zwei Wochen, aber... Das ist doch verrückt! Ich bin eine Deutsche. Wie soll das denn gehen? Kannst du dir vorstellen, eines Tages mit mir nach England zu gehen? Ach, Simon! Ich möchte, dass du weißt, dass es mir ernst ist. Und wann fährst du? Morgen früh. Sehen wir uns nochmal? Warum nicht? Ich mag keine Abschiede. Ich mag keine Abschiede. Juhu! Für Sie, Herr Leutnant! Nein, danke! So was Gutes kriegen Sie so schnell nicht wieder! Oder warten da drüben etwa volle Töpfer auf uns? Wir müssen uns beeilen! Zu Befehl! Heißlaut. Für Sie, Herr Leutnant! Es ist schön, Herr Leutnant! Los! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Captain! Yes, sir? See these? Footprints. Can you explain them? No, not yet. Captain, I want to know exactly what happened here, and I want everyone involved. Yes, but the sir have new orders. Forget your orders. I need you here now. Understood? Yes, sir. Herr Leutnant! Herr Leutnant, wo sind Sie? Herr Leutnant! Schei nicht so! Da vorne kreuzt irgendwo ein britisches Patrouillenboot. Was ist das Leuten? Jetzt die Steuerbautruhe in der Fahrer nach Rusung. Wir sind so weit abgetrieben. Wir warten da, bis uns der Thielstrom wieder rauszieht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich fülle mit der Flut. Dann landest du außerhalb der Internierungszone. Wir schnacken die Briten direkt. Los! Komm! Wir schnacken die Briten direkt. Wieso? Wieso was? Wieso sollte sie entdecken wollen? Sie kannte ihn doch gar nicht. Bist du dir da sicher? Was hast du denen gesagt? Nichts. Der Käpt'n hat gewusst, dass da zwei deutsche Soldaten waren. Die wussten, dass ich mit Marc zum Strand bin. Monika hat uns gesehen. Aber ich hab denen gesagt, dass es Otto war. Das glauben sie dir aber nicht. Was machen wir da jetzt? Erke, du musst die Wahrheit sagen. Dass Otto versucht hat, dich zu vergewaltigen und Friedrich dir geholfen hat. Das kann ich nicht, Giza. Du weißt, dass das nicht geht. Du weißt, dass du diese Mädchen glaubst? Ich weiß, dass sie eher prünettet sind, nicht wahr? Ja, so. Is it a bloody shame to see her hanging from the gallows? Yes, sir. Three men are missing, Major. Wer sind die Männer? Unsere Feld-Gendammerie ist ihnen schon auf der Spur. Das da drüben, das ist der Sauhaufen. Die haben gestern einem Bauern ein Schwein gestohlen. Die drei sind entflohen, als meine Feldjäger sie in Arrest nehmen wollten. Wann war das? Gestern Abend. Sind wahrscheinlich Richtung Kanal. Die würden doch nicht zu euch in den Ländern rüberschwimmen. Was machen die denn da? Die suchen nach uns. Ich muss zurück, Heinrich. Ich kann Gesa und Elke nicht allein lassen. Die hängen dich auf, glaubst du? Da fragt noch einer, ob Otto das war oder du. Das ist der Kasten. Danke, Herr Schatz. Ich leck sie ab. Mach's gut, Heinrich. Was? Pass auf dich auf. Hey. Okay. Komm. Los. 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 Was denn? Du weißt, was passiert, wenn die Tommys uns erdecken? Wenn sie einen von uns erwischen, ist er allein hier, klar? Ja. Friedrich! Wer ist das denn? Otto Kessler aus Hinsterwalde bei Berlin. Der Herr Leutnant war so freundlich, mich mit rüberzunehmen. Tut mir leid, ging nicht anders. Werd doch nicht stören. Bei Sonnenaufgang treffen wir uns genau hier. Wenn du nicht da bist, kannst du sehen, wie du alleine rüberkommst. Vielleicht will ich ja gar nicht mehr rüber. Komm, wir gehen. Ich sollte ihn hier nicht rumlaufen lassen. Die Engländer feiern heute bei den Mädchen. Die sind jetzt schon alle betrunken. Willst du da nicht mitfeiern? Nachher verpasst du noch was. Du spinnst ja. Dann zitterst ja. Ist denn kalt? Nein. Ich muss mal mit dir reden. Ja. Ich werde weggehen. Wieso wohin denn? Nach England. Nach England? Es gibt da einen Offizier. Simon. Er kommt eigentlich aus Berlin. Mit dem habe ich mich ein paar Mal getroffen. Das glaube ich nicht. Nicht du. Da. Elke? Von der Wehrmacht. Sie müssen zu dem Kriegsgericht aussagen. Mein James sagt, sie haben die Leiche von dem Jungen gefunden. Sieht nicht gut aus für deinen Leutnant. 너, das le states letztendlich zum Jahrhั Pom soprat. Sieht nicht gut aus? ules Ver open alle dennne Kost. Gehen wir aber sicherlich. Ei, Aed animier aus aller wagenh savvy. Hier stehen aus anderen. Wie sind ее? Sie haben die Leiche? Dann wird uns immer lord beim igenhaufen. Ja. Sie sind freiwillig. Sie wissen Video. Du MA. Det ist seid ihr zweiнуть. J кругgeruch wäre. Ihr seid ihridan von Europa zu spürb in. medals. Undinde Ihre P nuggets! Soll ich wieder gehen? Ich wollte mich von dir verabschieden. Du gehst weg? Ja. An unserer Seite ist die Untersuchung abgeschlossen. In zwei Tagen erwarten sie mich in Berlin. Und der Prozess? Der ist jetzt Sache der Deutschen. Wir haben dich vorgeladen? Ja. Was willst du sagen? Die Wahrheit. Du kannst ihm nicht helfen. Du kannst nur dich in Schwierigkeiten bringen. Also? Was rätst du mir? Wie habt ihr euch eigentlich hingeladen? Im Lazarett. Er kam schwer verbundet mit einem Transport aus Königsberg. Er hat wirklich Glück gehabt. Da sind nur ganz wenige rausgekommen. Dann hast du dich in ihn verliebt. Und er ist für dich durch das Meer geschwommen. Das wolltest du auch tun. Wahrscheinlich wäre es sogar ein Ozean gewesen. Du glaubst gar nicht, wie glücklich mich das gemacht hat. Danke, dass du nochmal gekommen bist. Und sie wollen uns nicht sagen, wo sie gewesen sind. Komm, schnell! Nee! Ah! Die Flut schlägt gleich um. Du musst mich beeilen. Komm nicht mehr, das ist zu gefährlich. Du meinst wegen der Haie? Blöd, Mann. Hier. In zwei Wochen bin ich wieder da. Pass auf dich auf. Die fressen mich nicht. An mir ist nichts dran. Ach, das habe ich fast vergessen. Ja. Vor allem Tommys? Nein. Das ist nur für dich. Das ist nur für dich. Mach's gut. Das ist keine Die fressen miche nicht. Seit sechs Wochen war Frieden. Die Wehrmacht hat endlich kapituliert. Friedrich war mit tausenden deutscher Soldaten drüben auf dem Festland interniert. Ich selbst arbeitete hier auf der Insel für die englischen Besatzungstruppen. Es war Sommer und wir träumten vom Leben. Aber bald schon merkten wir, dass der Krieg für uns noch nicht zu Ende war. Wo kommt die denn her? Na, was wohl? Die Gezer? Du siehst auch nicht aus, als ob du die letzte Nacht in deinem Bett verbracht hast. Die Gezer? Es war nicht so, dass sie mit der Reise verbracht haben. Sog den Gezer? Die Gezer? Die Gezer? Die Gezer? Die Gezer? Die Gezer? Die Gezer? Otto! Otto! Was passiert denn jetzt? Die werden uns jetzt verhören. Du meinst, die glauben uns nicht? Sieht nicht so aus. Käsa. Was? Ich wollte mit diesem Otto im Meer schwimmen. Was? Ich habe ihm das vorgeschlagen. Das war meine Idee. Ich konnte ja nicht wissen, was das für einer ist. Wir müssen doch dann glauben, der hat das wegen mir gemacht. Weil ich doch die Verlobte vom Markt bin. Die denken nur dann, die stecken mit ihm unter einer Decke. Wir müssen uns jetzt ganz genau überlegen, was wir denen sagen. Meinst du, du schaffst das? Also, wir waren zusammen spazieren am Strand. Wir haben niemanden gesehen. Und als wir ihn gefunden haben, da war er schon... Was? 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 Ja, ich weiß. Was? Nein, ich weiß. Was? Anfragen. Wir sprechen später. Friedrich! Mensch, endlich! Wo sind die anderen? Kettenhunde waren da, haben sie mitgenommen. Der Bauer vom Niederbüllhof hat uns angezeigt wegen dem blöden Schwein. Mensch, wir müssen sofort verschwinden. Wie willst du in ihr Haus kommen, Heinrich? Na, was denn? Schwinden! Durch den Kanal! Dann schlagen wir uns zu meinem Mäusner Herne durch. Die Zeit, dass ich mich da mal wieder blicken lasse. Nach sechs Wochen war Frieden. Die Wehrmacht hat endlich kapituliert. Friedrich war mit tausenden deutscher Soldaten drüben auf dem Festland interniert. Ich selbst arbeitete hier auf der Insel für die englischen Besatzungstruppen. Es war Sommer und wir träumten vom Leben. Aber bald schon merkten wir, dass der Krieg für uns noch nicht zu Ende war. Wo kommt die denn her? Na, was wohl? Die Geser? Du siehst auch nicht aus, als ob du die letzte Nacht in deinem Bett verbracht hast. Dich auch nicht aus, als ob du doch verstecken. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. Ach. Und wenn du die letzte Nacht verbringst. Dich auch nicht aus. Dich auch nicht aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Na, Herr Leutnant, wie war das Wasser? Was machst du hier? Na, ich habe auf Ihre Sachen aufgepasst, solange Sie drüben waren. Drüben? Ja, na, auf Nordstrand. Warum nehmen Sie mich nicht mal mit? Ich bin ein guter Schwimmer. Weil man das nicht kann, darüber schwimmen. Die haben wieder Wecke von der S.S. geschnappt. Gesa! Gesa, der Käpt'n kommt. Und Marc! Wo hast du den denn hier? Von Marc. Good morning. Good morning, sir. Oh. Good morning, milady. You are making fun of me. Das würde ich nie wagen. Morning. Good morning. Ich habe mir die Tasche eingerissen. Na, wie konnte denn das passieren? Ich habe ja auch noch Ihren Pullover, den ich stopfen sollte. Ich habe ihn auch gewaschen. Elke, holst du den mal bitte? Sehr wohl, Hoheit. Das habe ich doch. Sie haben nicht erzählt, dass Sie mit Otto schwimmen waren, bevor er den Corporal angegriffen hat. Wovor haben Sie Angst? Ich habe alles gesagt. Wussten Sie eigentlich, dass Corpo Mark Flatscher in Glasgow eine Frau und eine Tochter hat? Das hat er Ihnen nicht erzählt. Was ist denn? Ich kriege ein Kind von Marc. Ich dachte, ich kann mit dem Kind nach Schottland zu seinen Eltern. Was soll ich denn jetzt hin? Mich nimmt doch keiner mehr, wenn es rauskommt. Würden Sie mich als Ihren Verteidiger akzeptieren? Sie sind also mit dem gefreiten Otto Kessler schwimmen gegangen. Und dann? Hat der Otto versucht, mich zu vergewaltigen. Dann ist der Leutnant gekommen und hat es verhindert. Otto ist weggelaufen. Ich glaube, er hat sich geschämt. Geschämt? Wenn einer Grund gehabt hätte, sich zu schämen, dann waren das doch wohl Sie. Waren Sie nackt, als Sie mit ihm schwimmen waren? Ich habe Sie etwas gefragt, Marina Helfer-Wöhm. Ich möchte darauf nicht antworten. Also nackt. Ich frage mich, wie man von einer versuchten Vergewaltigung sprechen kann, wenn Sie nackt waren. Der Vorsitzende hat die versuchte Vergewaltigung durch den gefreiten Otto Kessler ist nicht Bestandteil der Verhandlung. Die Zeugin hat ein Recht, die Aussage zu verweigern. Nach dessen Recht, nach Ihrem. Ihr gilt immer noch die Krieg-Strafverfahrensordnung der Wehrmacht. Die Zeugin hat voll umfassend zu antworten, sonst macht sie sich der Falschaussage schuldig. Antworten Sie bitte. Ja, fast. Der Herr Verteidiger will uns also wirklich weismachen, dass dieser Pimpf, mal gerade 18, sich todesmutig auf einen ihm körperlich über... Was denn? Du weißt, was passiert, wenn die Tommischen uns entdecken. Wenn Sie einen von uns erwischen, ist er allein hier, klar? Ja. Friedrich! Wer ist das denn? Otto Kessler aus Finsterwalde bei Berlin. Der Herr Leutnant war so freundlich, mich mit rüberzunehmen. Tut mir leid. Ich ging nicht anders. Werde doch nicht stören. Bei Sonnenaufgang treffen wir uns genau hier. Wenn du nicht da bist, kannst du sehen, wie du alleine rüberkommst. Vielleicht will ich ja gar nicht mehr rüber. Komm, wir gehen. Ich sollte ihn hier nicht rumlaufen lassen. Die Engländer feiern heute bei den Mädchen. Die sind jetzt schon alle betrunken. Willst du doch nicht mitfeiern? Nachher verpasst du noch was. Du spinnst ja. Dann zitterst du ja. Ist der kalt? Nein. Ich muss mal mit dir reden. Ja. Ich werde weggehen. Wieso wohin denn? Nach England. Nach England? Es gibt da einen Offizier. Simon. Er kommt eigentlich aus Berlin. Mit dem habe ich mich ein paar Mal getroffen. Das glaube ich nicht. Nicht du. Da. Nicht hier. Hier sehen uns doch alle. Marc. Come on, darling. I can't waste even longer. Mach aber schnell. Marc. Du bist so schwer. Come on. Das glaube ich da jetzt nicht. Ich gehe hier mal ein. Steffen, hat. Wovor haben Sie Angst? Ich habe alles gesagt. Wussten Sie eigentlich, dass Kopo Marc Flatscher in Glasgow eine Frau und eine Tochter hat? Das hat er Ihnen nicht erzählt. Was ist denn? Ich kriege ein Kind von Marc. Ich dachte, ich kam mit dem Kind nach Schottland zu seinen Eltern. Wo soll ich denn jetzt hin? Mich nimmt doch keiner mehr, wenn es rauskommt. Sie sind also mit dem gefreiten Otto Kessler schwimmen gegangen. Und dann? Hat der Otto versucht, mich zu vergewaltigen. Dann ist der Leutnant gekommen und hat es verhindert. Otto ist weggelaufen. Ich glaube, er hat sich geschämt. Geschämt? Wenn einer Grund gehabt hätte, sich zu schämen, dann waren das doch wohl Sie. Waren Sie nackt, als Sie mit ihm schwimmen waren? Ich habe Sie etwas gefragt, Marina Helfer-Wendt. Ich möchte darauf nicht antworten. Also nackt. Ich frage mich, wie man von einer versuchten Vergewaltigung sprechen kann, wenn Sie nackt waren. Herr Vorsitzender, die versuchte Vergewaltigung durch den getreiten Otto Kessler ist nicht Bestandteil der Verhandlung. Die Zeugin hat ein Recht, die Aussage zu verweigern. Nach welchem Recht? Nach Ihrem? Ihr gilt immer noch die Kriegstrafverfahrensordnung der Wehrmacht. Die Zeugin hat voll umfassend zu antworten, sonst macht sie sich der Falschaussage schuldig. Antworten Sie bitte. Ja, fast. Der Herr Verteidiger will uns also wirklich weismachen, dass dieser Pimpf, mal gerade 18, sich todesmutig auf einen ihm körperlich überlegenen, dazu noch bewaffneten Corporal der Royal Army gestürzt hat? Bitte. Bitte. Wir sprechen später. Friedrich! Mensch, endlich! Wo sind die anderen? Kettenhunde waren da, haben sie mitgenommen. Der Bauer vom Niederbüllhof hat uns angezeigt wegen dem blöden Schwein. Mensch, wir müssen sofort verschwinden. Wie willst du denn hier rauskommen, Heinrich? Na, was denn? Schwimmen! Durch den Kanal! Dann schlagen wir uns zu meinem Mäusner Herne durch. Die Zeit, dass ich mich da mal wieder blicken lasse. Was sag ich mit dem Jungen? Der war doch bei dir. Ja, leider. Ich denk sie mir in der Scheiße, Heinrich. Hä? Und was haben Sie beiden in den Dünen da gemacht? Ja, waren spazieren. Machen Sie das öfter? Spazieren gehen mit Ihrer Freundin? Nachts um drei? Das war so eine schöne Vollmondnacht. Ja, das liebt ihr Deutschen. Diese romantischen Nächte. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Können Sie mir sagen, wann Sie Corporal Mark Fletcher zum letzten Mal gesehen haben? Ja. Gestern Abend. Und wo? In unserer Unterkunft, als er gegangen ist zu gehen Mitternacht. Und wer war bei ihm? Ja. Die Äger. der Kapitän Monster sehe dir. Besser, ich geh mal den Jungen suchen. Ich will gleich los, bevor die Tide umschlägt. Hilfe! Trillich, pass auf! Hilfe! 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 Versteh, verdammt! Verdammt! Wir haben noch ein bisschen Spaß gehabt. Was, Ecke? Warum gucken Sie denn so, Herr Leutnant? Sie haben doch mit dem Herrn Leutnant auch nicht nur Händchen gehalten. Hau ab! Und sieh zu, wie du alleine wieder zurückkommst. Das können Sie ja nicht machen. Herr Leutnant, bitte! Verschwinde endlich! Hau ab! Willst du nicht warten, bis es vorbeigezogen ist? Ich muss die Flut erwischen, sonst schaffe ich es nicht. Mach mir nur Sorgen um den Jungen. Wegen dem schnappen sie dich noch. Was ist mit ihr? Um sie brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Sie ist froh, dass du ihr geholfen hast. Bring sie nach Hause. Ich wünsch dir Glück. Ja. Kann ich brauchen. Ich werde zur Fremdenlegion gehen. In Heide haben die ein Rekrutierungsbüro. Nein, mach das bitte nicht. Außer Soldat habe ich nicht gelernt. Du hast studiert, Friedrich. Die Briten werden die Universitäten wieder aufmachen. Die wollen Deutschland wieder aufbauen, sagt Zayn. Da brauchen sie auch Architekten. So, sagt er das. Ja. Du hast doch gesagt, er ist Jude. Warum sollte ein Jude Deutschland wieder aufbauen wollen? Don't move! Don't move! Ich kenne ihn nicht. Der war plötzlich da. Glaub mir, I don't know him. Please. Ich war nur am Strand. Ich wollte schwimmen. Scheiße! Was ist hier? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Dazu noch bewaffneten Corporal der Royal Army gestürzt hat? Nur, um seinem Leutnant zu beweisen, dass er doch ein ganzer Kerl ist? Ich glaube, da überschätzen Sie den Todesmut der deutschen Jugend doch gewaltig. Leider. Die beiden Angeklagten waren ungefähr zehn Meter voraus. Der Corporal war dahinter. An seiner Seite die Zeugin. In dieser Nacht war Vollmond. Es drohte zwar ein Gewitter, aber über der Insel war die Nacht klar und hell. Wenn der Leutnant aus dieser Entfernung versucht hätte, den Corporal anzugreifen, wäre er nicht weit gekommen. Selbst wenn man berücksichtigt, dass der Corporal betrunken war, er hätte geschossen. Er hätte vielleicht nicht getroffen, aber er hätte geschossen. Es wurde aber nur einmal geschossen. Was sagt Ihnen denn, dass nur einmal geschossen wurde? Der Junge ist dem Corporal heimlich gefolgt, als dieser die beiden Angeklagten verhaftet hatte. Das ist die Tatwaffe. Im Magazin fehlt nur eine Patrone. Und die Hülse steckt noch im Schlitten. Herr Oberst, meine Herren, da sitzt ein Offizier der Wehrmacht, der in Tagen und Wochen der größten Not, in dem unser geliebtes deutsches Vaterland am Boden liegt, und nichts Besseres zu tun hat, als sich von seinen Soldaten zu entfernen, Befehle der britischen Militärregierung zu verletzen und die uns zugewiesene Internierungszone zu verlassen, nur um sich mit seiner Geliebten zu vergnügen. Es ist ein erbärmliches Bild von Soldatentum und Manneszucht, das der Herr Leutnant da abgegeben hat. Und nicht nur das! Der Leutnant hat durch sein erbärmliches Vorbild einen jungen, vielversprechenden deutschen Soldaten mit in den Abgrund gerissen. Aber wer sagt uns denn, dass es wirklich so war, wie der Verteidiger uns hier glauben machen will? Was hat Ihnen der britische Käpt'n, der eigentlich ein deutscher Jude ist, versprochen, damit Sie Ihre Aussage ändern? Was ist die Aussage von der da wert, die Ihrem sauberen Herrn Leutnant den Hals retten will und dafür bereit ist zu jeder Lüge? Es gibt nur zwei Männer, die die Wahrheit kennen. Der eine, ein tapferer britischer Corporal, der uns in mancher Schlacht ein ritterlicher Gegner war, ist von einem, der die Uniform der Wehrmacht trägt, heimtückisch ermordet worden. Der andere ist... Dann wollen wir das mal zu einem Ende bringen. Was? Darf ich Ihnen Marine Stabsrichter Müller vorstellen? Er vertritt die Anklage in den Prozess gegen Leutnant Hartmann. Mich hat der General zum Verhandlungsleiter ernannt. Angenehm. Umdrehen! Das ist der, was? Danke. Dem Angeklagten wurde übrigens das Recht auf einen Verteidiger eingeräumt. Ist das nicht selbstverständlich? Nach der Kriegsstrafverfahrensordnung der Wehrmacht, die er laut Ihrem Befehl Nummer 153 nach wie vor anzuwenden, ist nur eine Kannvorschrift. Aber der Leutnant hat abgelehnt. Würde ihm sowieso nichts nützen. Sagen Sie mal, was wollte der Leutnant eigentlich bei Ihnen auf der Insel? Habe dazu nichts in Ihrem Bericht gefunden. Warum fragen Sie ihn das nicht selbst? Das habe ich schon. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der jemanden wecken will. Wieso? Was ist denn mit diesen Marina-Helferinnen? Was haben die denn um die Zeit am Strand gemacht? Wenn Sie die beiden wegen Verletzung der Ausgangssperre dran kriegen wollen, die geht nicht auf der Insel. Die Käpt'n auf ein Wort. Nur für den Fall, was ein Todesurteil ergeht, dann bin ich für die Vollstreckung verantwortlich. Und, was wollen Sie? Sie als Besatzungsmacht, Sie können ihn aufknüpfen, aber wenn wir von der Wehrmacht das machen, dann hat er als Offizier Anspruch auf ein Erschießungskommando. Und dafür brauchen wir Karabiner. Also 20 Stück würden reichen. Noch ist er nicht verurteilt. Gib dir den Moralapostel und wir müssen die Drecksarbeit machen. Elke? Von der Wehrmacht. Ihr müsst zu dem Kriegsgericht aussagen. Mein James sagt, Sie haben die Leiche von dem Jungen gefunden. Sieht nicht gut aus für deinen Leutnant. Geht nach unten. Geht nach unten. Von der Wehrmacht. which weh cob Die beiden Angeklagten waren ungefähr zehn Meter voraus. Der Corporal war dahinter, an seiner Seite die Zeugin. In dieser Nacht war Vollmond. Es drohte zwar ein Gewitter, aber über der Insel war die Nacht klar und hell. Wenn der Leutnant aus dieser Entfernung versucht hätte, den Corporal anzugreifen, wäre er nicht weit gekommen. Selbst wenn man berücksichtigt, dass der Corporal betrunken war, er hätte geschossen. Er hätte vielleicht nicht getroffen, aber er hätte geschossen. Es wurde aber nur einmal geschossen. Was sagt Ihnen denn, dass nur einmal geschossen wurde? Der Junge ist dem Corporal heimlich gefolgt, als dieser die beiden Angeklagten verhaftet hatte. Das ist die Tatwaffe. Im Magazin fehlt nur eine Patrone. Und die Hülse steckt noch im Schlitten. Herr Oberst, meine Herren. Da sitzt ein Offizier der Wehrmacht, der in Tagen und Wochen der größten Not, in dem unser geliebtes deutsches Vaterland am Boden liegt, nichts Besseres zu tun hat, als sich von seinen Soldaten zu entfernen, Befehle der britischen Militärregierung zu verletzen und die uns zugewiesene Internierungszone zu verlassen, nur, um sich mit seiner Geliebten zu vergnügen. Es ist ein erbärmliches Bild von Soldatentum und Manneszucht, das der Herr Leutnant da abgegeben hat. Und nicht nur das. Der Leutnant hat durch sein erbärmliches Vorbild einen jungen, vielversprechenden deutschen Soldaten mit in den Abgrund gerissen. Aber wer sagt uns denn, dass es wirklich so war, wie der Verteidiger uns hier Glauben machen will? Was hat Ihnen der britische Käpt'n, der eigentlich ein deutscher Jude ist, versprochen, damit Sie Ihre Aussage ändern? Was ist die Aussage von der da wert, die Ihrem sauberen Herrn Leutnant den Hals retten will und dafür bereit ist zu jeder Lüge? Es gibt nur zwei Männer, die die Wahrheit kennen. Der eine, ein tapferer britischer Corporal, der uns in mancher Schlacht ein ritterlicher Gegner war, ist von einem, der die Uniform der Wehrmacht trägt, heimtückisch ermordet worden. Der andere ist jämmerlich ersoffen. So wollen uns das der Herr Leutnant und sein Verteidiger jedenfalls Glauben machen. Er hat die Strafe bekommen, die er verdient. Aber vielleicht hat er... Eine echte Schäuerein. Enkel. Ich muss hier endlich weg, Friedrich. Mach mir Sorgen, was mein Mäuschen in Herne so macht. So wenig Vertrauen in die Heimatfront? Mir wird von einem Hanne geschrieben. Einer von einer Partei. Na also. Was machst du dir Sorgen? Den haben die Briten längst einkassiert. Was mit deiner Kleene da drüben, hast du schon einen Antrag gemacht. Antrag, ich weiß ja noch nicht mal, was aus mir wird. Von Kastens Staat hat einer gemeint. Die Tommys machen zusammen mit uns gegen die Russen weiter, zusammen mit den Amis. Glaubst du das, wenn ihr misst? Mit uns will keiner mehr, Heinrich. Gott sei Dank. Komm, Kameran! Was sagt ihr dazu? Woher hast du das? Na unten, vom Niederbüllhof. Geklaut? Habt ihr in den Stall ausgemistet? Dafür gibt dir der Bauer höchstens eine Schmalzstulle. Bring es zurück, bevor dich Kastens Fälscher in den Arm erwischen. Wenn wir es nicht nehmen, nehmen sie Kulacken. Recht hat der Junge. Friedrich, jetzt gönn uns doch den Sonntagsbraten. Er macht es auch nicht wieder. Stimmt's, Junge? Macht doch, was ihr wollt. Gestern hat er mich gefragt. Was hat er dich gefragt? Ob ich mit will nach Glasgow. Ach, wie hat er das denn gemacht? Er kann doch gar kein Deutsch. Come with me. Das ist eindeutig. Was hast du gesagt? Yes! Gut gemacht. Lass mal. Gleich los. Wenn das die Tommys sehen, dann lassen sie uns noch früher antreten. Wo bleibt ihr denn? Warum nimmst du dir nicht einen von den Englandern an? Die können dir wenigstens was bieten. Ich glaube zwar nicht im Ernst, dass dein Corporal dich mit nach England nimmt. Du musst schon sehen. Was hast du gesagt? Käpt'n, nicht jeder, der in der Waffen-SS war, ist auch ein Kriegsverbrecher. Würden Sie mich als Ihren Verteidiger akzeptieren? Sie sind also mit dem gefreiten Otto Kessler schwimmen gegangen. Und dann? Hat der Otto versucht, mich zu vergewaltigen. Dann ist der Leutnant gekommen und hat es verhindert. Otto ist weggelaufen. Ich glaube, er hat sich geschämt. Geschämt? Wenn einer Grund gehabt hätte, sich zu schämen, dann waren das doch wohl Sie. Waren Sie nackt, als Sie mit ihm schwimmen waren? Ich habe Sie etwas gefragt, Marina Helferin. Ich möchte darauf nicht antworten. Also nackt. Ich frage mich, wie man von einer versuchten Vergewaltigung sprechen kann, wenn Sie nackt waren. Herr Vorsitzender, die versuchte Vergewaltigung durch den gefreiten Otto Kessler ist nicht Bestandteil der Verhandlung. Die Zeugin hat ein Recht, die Aussage zu verweigern. Nach welchem Recht? Nach Ihrem? Ihr gilt immer noch die Kriegsstrafverfahrensordnung der Wehrmacht. Die Zeugin hat voll umfassend zu antworten, sonst macht sie sich der Falschaussage schuldig. Antworten Sie bitte. Ja, fast. Der Herr Verteidiger will uns also wirklich weismachen, dass dieser Pimpf, mal gerade 18, sich todesmutig auf einen ihm körperlich überlegenen, dazu noch bewaffneten Corporal der Royal Army gestürzt hat, nur um seinem Leutnant zu beweisen, dass er doch ein ganzer Karl ist? Ich glaube, da beschätzen Sie den Todesmut der deutschen Jugend doch gewaltig. Leider. Die beiden Angeklagten waren ungefähr zehn Meter voraus. Der Corporal war dahinter, an seiner Seite die Zeugin. In dieser Nacht war Vollmond. Es drohte zwar ein Gewitter, aber über der Insel war die Nacht klar und hell. Wenn der Leutnant aus dieser Entfernung versucht hätte, den Corporal anzugreifen, wäre er nicht weit gekommen. Selbst wenn man berücksichtigt, dass der Corporal betrunken war, er hätte geschossen. Er hätte vielleicht nicht getroffen, aber er hätte geschossen. Es wurde aber nur einmal geschossen. Was sagt Ihnen denn, dass nur einmal geschossen wurde? Der Junge ist dem Corporal heimlich gefolgt, als dieser die beiden Angeklagten verhaftet hatte. Das ist die Tatwaffe. Im Magazin fehlt nur eine Patrone. Und die Hülse steckt noch im Schlitten. See these? Footprints. Can you explain them? No, not yet. Captain, I want to know exactly what happened here, and I want everyone involved. Yes, but the sir have new orders. But get your orders. I need you here, now. Understood? Yes, sir. Herr Leutnant! Herr Leutnant, wo sind Sie? Herr Leutnant. Herr Leutnant. Schei nicht so. Da vorne kreuzt irgendwo ein britisches Patrouillenboot. Was ist das Leuten? Jetzt die Steuerarbeit bohrener Fahrer nach Rusung. Wir sind so weit abgetrieben. Wir warten da, bis uns der Tiny-Strom wieder rauszieht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin mit der Flut. Dann landest du außerhalb der Internierungszone. Wir schnappen nicht die Briten direkt. Los, los! Otto! Otto! Was passiert denn jetzt? Die werden uns jetzt verhören. Du meinst, die glauben uns nicht? Sieht nicht so aus. Gesa? Was? Ich wollte mit diesem Otto im Meer schwimmen. Was? Ich habe ihm das vorgeschlagen. Das war meine Idee. Ich konnte ja nicht wissen, was das für einer ist. Wir müssen doch dann glauben, der hat das wegen mir gemacht. Weil ich doch die Verlobte vom Markt bin. Die denken nur dann, ich stecke mit ihm unter einer Decke. Wir müssen uns jetzt ganz genau überlegen, was wir denen sagen. Meinst du, du schaffst das? Also wir waren zusammen spazieren am Strand. Wir haben niemanden gesehen. Und als wir ihn gefunden haben, da war er schon ... Oh! 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 Alles klar! Alles klar! Komm! Mich geht das ja nichts an, aber das ist jetzt schon der dritte, den Sie diese Woche aus dem Kanal gezogen haben. Muss man denn da gleich schießen? Die wollen doch auch nur nach Hause, die armen Kerls. Mäuschen, ich dachte schon, du kommst nicht mehr, wegen Hande. Du hast mir doch geschrieben. Es gibt keinen Handel. Hat nie eingegeben. Keinen Handel? Nein. Jetzt ruh dich erst mal ein bisschen aus. Mache ich ein Mäuschen. Wo ist das nun? Das ist nicht der Mann, den wir gesucht haben. Das muss es sein. Warte auf mich. Was ist das? Das war's. Ist er das? Ja. Wahrscheinlich ist er trunken. Aber vielleicht ist er auch einfach irgendwo außerhalb der Internierungszone an Land gegangen und versteckt sich da. Ich weiß einfach, dass Friedrich unschuldig ist. Keiner von euch. Kiesa. Was? Ich wollte mit diesem Otto im Meer schwimmen. Was? Ich habe ihm das vorgeschlagen. Das war meine Idee. Ich konnte ja nicht wissen, was das für einer ist. Wir müssen doch dann glauben, der hat das wegen mir gemacht. Weil ich doch die Verlobte vom Markt bin. Die denken nur dann, ich stecke mit ihm unter einer Decke. Wir müssen uns jetzt ganz genau überlegen, was wir denen sagen. Meinst du, du schaffst das? Also wir waren zusammen spazieren am Strand. Wir haben niemanden gesehen. Und als wir ihn gefunden haben, da war er schon... Nein, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Aber jetzt ist das. Bitte. Wir sprechen später. Friedrich! Mensch, endlich! Wo sind die anderen? Kettenhunde waren da, haben sie mitgenommen. Ein Bauer vom Niederbüllhof hat uns angezeigt wegen dem blöden Schwein. Mensch, wir müssen sofort verschwinden. Wie willst du denn hier rauskommen, Heinrich? Na, was denn? Schwimmen! Durch den Kanal! Dann schlagen wir uns zu meinem Mäusner Herne durch. Die Zeit, dass ich mich da mal wieder blicken lasse. Was sag ich mit dem Jungen? Der war doch bei dir. Ja, leider. Ich denk sie mir in der Scheiße, Heinrich. Hä? Und was haben Sie beiden in den Dünen da gemacht? Ja, waren spazieren. Machen Sie das öfter? Spazieren gehen mit ihrer Freundin? Nachts um drei? Das war so ne schöne Vollmondnacht. Ja, das liebt ihr Deutschen. Diese romantischen Nächte. Kommt sie rein. Kommt sie rein. Thank you. Simon, you'd better wait outside. Und wie ging es? Sie war perfekt. Excellent work, junge Frau. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie hätten nicht warten müssen. Ich wollte doch wissen, ob der Junge es schafft. Wir mussten sein Bein bis zum Knie amputieren. Aber er war ganz tapfer. Er hat mich gerade gefragt, ob das Bein wieder nachwächst. Was haben wir gesagt? Dass das nicht geht. Aber dass er bestimmt ganz bald ein schönes neues Bein bekommt. Ja. Wie geht's wieder? Kommen Sie. Ich möchte Ihnen was zeigen. Waren Sie schon mal hier? Ja, ich komme manchmal mit den anderen Mädchen her. Ach, alles Schöne auf der Insel kennen Sie schon. Trotzdem danke. Ich hätte Ihnen das nicht zumuten sollen. Ich bin froh, dass Sie es getan haben. Wirklich? Ja. Ja. Ich bin froh, dass Sie es abhängig waren. Und? Hält das Wetter? Keine Ahnung. Nehmen Sie mich mal mit? Wohin? Na rüber zur Insel. Du bist ja verrückt. Ich kann ja verstehen, dass Sie nicht teilen wollen. Aber sind da nicht genug Weiber für uns beide? Halt die Klappe! Geser heißt sie, was? Hab ihr Bild gesehen da in ihrem Soldbuch? Wir konnten es ja nicht mitnehmen nach drüben, wäre ja nass geworden. Hast du es einem erzählt? Noch nicht. Weil ich ja... Entschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie werden aufgerufen. Sie werden aufgerufen. Sie werden aufgerufen. Sie sind die Marinehelferin. Wer sind die Männer? Ein Neutnant und zwei Männer aus seiner Einheit. Unsere Feld-Gendarmerie ist ihnen schon auf der Spur. Das da drüben, das ist der Sauhaufen. Sie haben gestern einem Bauern ein Schwein gestohlen. Die drei sind entflohen, als meine Feldjäger sie in Arrest nehmen wollten. Wann war das? Gestern Abend. Sie sind wahrscheinlich Richtung Kanal. Die würden doch nicht zu euch engländern rüberschwimmen. Was machen die denn da? Die suchen nach uns. Ich muss zurück, Heinrich. Ich kann Gesa und Elke nicht allein lassen. Die hängen dich auf. Glaubst du, fragt noch einer, ob Otto das war oder du? Das ist Kasten. Ich leck sie ab. Pass gut an mich. Pass auf dich auf. Pass. Hey! Der Leutnant, Herr General. Die beiden anderen werden wir auch bald haben. Danke. Sie können gehen. Ihre Männer auch. Moment mal. Der Leutnant steht unter meiner Kommando Gewalt. Sie können gehen, Karsten. Los, abtreten. Name? Leutnant der Infanterie Hartmann. Sie wissen, warum Sie hier sind? Vermute mal wegen der Sache mit dem Schwein. War das Ihr Befehl? Nein. Setzen Sie sich. Warum sind Sie denn abgehauen? Ich war nicht da, als die Fälscher in einem Rie eintraf. Was hat er gesagt? Er sagte, er war nicht da, als die Soldaten waren. Wo waren Sie denn? Spazieren am Strand. Er war was? Für eine Walk. Auf der Bühne. So. Das ist supposed to be the glorious German Wehrmacht. Of course not. Die ganze Nacht. Ja. Und Sie wollen uns nicht sagen, wo Sie gewesen sind. Komm schnell. Berlin. Sagt der Major. Ja. Ich nehme an, Sie hatten gute Gründe, das Land zu verlassen. Bemerkenswert, dass Sie sich so im Griff haben, Käpt'n. Eine Hochachtung. Wie dem auch sei, Ihre Militärregierung hat mir befohlen, im Internierungsraum für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ausdrücklich unter Beibehaltung von Befehlsstruktur und Militärgerichtsbarkeit der Wehrmacht. Diesem Befehl werde ich folgen. Ich habe deshalb den Major gebeten, Hartmann der deutschen Militärjustiz zu überstellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo bringen Sie ihn hin? Wir übergeben ihn an die Wehrmacht. Er kommt vor ein deutsches Kriegsgericht. An die Wehrmacht? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Dann wollen wir das mal zu einem Ende bringen. Was? Darf ich Ihnen Marine Stabsrichter Müller vorstellen? Er vertritt die Anklage in den Prozess gegen Leutnant Hartmann. Mich hat der General zum Verhandlungsleiter ernannt. Angenehm. Umdrehen! Das ist der, was? Danke. Dem Angeklagten wurde übrigens das Recht auf einen Verteidiger eingeräumt. Ist das nicht selbstverständlich? Nach der Kriegstrafverfahrensordnung der Wehrmacht, die er laut ihrem Befehl Nummer 153 nach wie vor anzuwenden, ist nur eine Kannvorschrift. Aber der Leutnant hat abgelehnt. Ein Jahr später trafen wir uns wieder. Die Engländer hatten mich nach der Auflösung der Internierungszone in ihr Lazarett nach Brunsbüttel geschickt. Dort konnte ich als Krankenschwester arbeiten. Im Herbst wollte ich mein Medizinstudium in Hamburg wieder aufnehmen. Friedrich hatte bei der Explosion eines Blindgängers seine Hand verloren. Er lernte mit der anderen Hand zu zeichnen und ist dann später ein richtig guter Architekt geworden. Schönen Feierabend, Frau Doktor. Schönen Feierabend. Ach, Peter. Und auch Simon sollte ich wiedersehen. Bin ich zu spät? Ja. Ich hab's gewusst. Er war als Journalist für eine große englische Zeitung nach Berlin gegangen. Seine Eltern fand er da nicht mehr. Er brauchte wohl eine Zeit, bis er sich über alles im Klaren war. Schließlich lag ein Ozean zwischen uns. Bussi, Herr Leutnant, wir müssen verschwinden. Du verdammter Idiot! Er war halt recht. Ihr müsst verschwinden. Los! Los, hau schon ab! Was wird aus dir? Mir fällt schon irgendwas ein. Nun mach's schon! Er krepiert! Das dreckige Tommischwein krepiert! Ich lass dich hier nicht allein. Er ist tot. Friedrich, du musst gehen. Du machst es nur noch schlimmer, wenn du bleibst. Aber es ist okay. Es ist gut. Es ist gut. Mich geht das ja nichts an, aber das ist jetzt schon der dritte, den Sie diese Woche aus dem Kanal gezogen haben. Muss man denn da gleich schießen? Die wollen doch auch nur nach Hause, die armen Kerls. Mäuschen. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Wegen Hande. Wegen Hande. Du hast mir doch geschrieben. Es gibt keinen Hande. Hat nie eingegeben. Kein Hande. Nein. Jetzt ruhe dich erst mal ein bisschen aus. Mache ich im Häuschen. Wo ist das nun? Das ist nicht der Mann, der mir gesucht hat. Das muss es sein. Warte auf mich. Ich weiß nicht. Ich bin ein wenig. in. Ich muss es sein. Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Ist er das? Ja. Wahrscheinlich ist er trunken. Aber vielleicht ist er auch einfach irgendwo außerhalb der Internierungszone an Land gegangen und versteckt sich da. Ich weiß einfach, dass Friedrich unschuldig ist. Keiner von euch ist unschuldig. Kennen Sie den Mann? Nein? Sie kennt mich. Woher? Ich war gestern Nacht hier auf der Insel. Und die Waffe des Corporals? Ich habe sie ins Meer geworfen, bevor wir zurückgeschwungen sind. Und der Janne? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn auf Sie aus den Augen verloren. Wir hatten unsere Sachen in einem alten Flak-Bunker versteckt. Als Sie zurückkamen, lagen Sie noch da. Wollen Sie noch was sagen? Hätten Sie vielleicht eine Zigarette für mich? Sie müssen das Protokoll noch unterschreiben. Soll ich es noch einmal vorlesen? Nein. Sie hat mir von Ihnen erzählt. Wenn es nicht passiert wäre, dann wären Sie jetzt wahrscheinlich ein glücklicher Mann. Wenn was nicht passiert wäre. Adolf Hitler? Der Krieg? Setzen Sie sich. Er hat gestanden. Was hat er gestanden? Dass er mit dem jungen Gefreiten rübergeschwommen ist. Der Corporal sie am Strand erwischt hat und er sie verhaften wollte. Und von mir hat er nichts erzählt. Er hat gesagt, du bist erst gekommen. Blöd, Mann. Hier. In zwei Wochen bin ich wieder da. Pass auf dich auf. Die fressen mich nicht. An mir ist nichts dran. Ach, das habe ich fast vergessen. Ja. Vor allem Tommys? Nein, das nur für dich. Mach's gut. Mach's gut. Seit sechs Wochen war Frieden. Die Wehrmacht hat endlich kapituliert. Friedrich war mit tausenden deutscher Soldaten drüben auf dem Festland interniert. Ich selbst arbeitete hier auf der Insel für die englischen Besatzungstruppen. Es war Sommer und wir träumten vom Leben. Aber bald schon merkten wir, dass der Krieg für uns noch nicht zu Ende war. Wo kommt die denn her? Na, was wohl? Die Gehse? Du siehst auch nicht aus, als ob du die letzte Nacht in deinem Bett verbracht hast. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Na, Herr Leutnant, wie war das Wasser? Was machst du hier? Na, ich habe auf ihre Sachen aufgepasst, solange sie drüben waren. Pass auf dich auf. Die fressen mich nicht, an mir ist nichts dran. Ach, das habe ich fast vergessen. Vorhin Tommys? Nein, das nur für dich. Passt gut. Schuss mal. Schuss mal. Nie Для. Ach, das ist fertilizer. Seit sechs Wochen war Frieden. Die Wehrmacht hat endlich kapituliert. Friedrich war mit tausenden deutscher Soldaten drüben auf dem Festland interniert. Ich selbst arbeitete hier auf der Insel für die englischen Besatzungsgruppen. Es war Sommer und wir träumten vom Leben. Aber bald schon merkten wir, dass der Krieg für uns noch nicht zu Ende war. Wo kommt die denn her? Na, was wohl? Die Käse? Du siehst auch nicht aus, als ob du die letzte Nacht in deinem Bett verbracht hast. Die Käse? Die Käse? Untertitelung des ZDF, 2020 Na, Herr Leutnant, wie war das Wasser? Was machst du hier? Na, ich habe auf Ihre Sachen aufgepasst, solange Sie drüben waren. Drüben? Ja, na, auf Nordstrand. Warum nehmen Sie mir nicht mal mit? Ich bin ein guter Schwimmer. Dann zitterst du ja. Ist der kalt? Nein. Ich muss mal mit dir reden. Ja. Ich werde weggehen. Wieso? Wohin denn? Nach England. Nach England? Es gibt da einen Offizier. Simon. Er kommt eigentlich aus Berlin. Mit dem habe ich mich ein paar Mal getroffen. Das glaube ich nicht. Nicht du. Da. Nicht hier, wir sehen uns doch alle. Marc. Come on, darling. I can't wait even long. Mach aber schnell. Marc. Du bist so schwer. Come on. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ich gehe hier mal alleine schwimmen. Bitte verraten Sie mich nicht. Wo kommst du denn her? Vom Festland. Ich bin rüber geschwommen. Du spinnst ja. Ich bin internierter Soldat. Wenn die Briten mich erwischen, dann schießen die mich. Dann lassen Sie lieber schnell verschwinden. Komm. Komm. Sag doch irgendwas. Was soll ich denn sagen? Herzlichen Glückwunsch. Friedrich, du musst mir das glauben. Ich habe es nicht darauf angelegt. Aber es ist nun mal passiert. Und Simon ist... Bar mir die Einzelheiten. Ich hoffe nur für dich er meint es ehrlich. Friedrich. Du drehst dich erst drum, wenn ich es sage. Nicht gucken. Komm nicht bevor ich im Wasser bin. Hey, wo bleibst du? Was ist? Ich dachte, du warst Kampfschwimmer. Was liest du denn da? Shakespeare. Auf Englisch. Habe ich in eurer Bibliothek ausgeliehen. Ich habe Neuigkeiten. Ja. In Potsdam findet eine große Konferenz statt. Deshalb bin ich zum Stab von Montgomery abgeordnet worden. Es geht um die Zukunft Deutschlands. Ist ja großartig. Gesa. Würdest du auf mich warten? Wie meinst du das? Ich weiß, wir kennen uns kaum. Eigentlich erst seit zwei Wochen, aber... Das ist doch verrückt. Ich bin eine Deutsche. Wie soll das denn gehen? Kannst du dir vorstellen, eines Tages mit mir nach England zu gehen? Ach, Simon. Ich möchte, dass du weißt, dass es mir ernst ist. Und wann fährst du? Morgen früh. Sehen wir uns nochmal? Warum nicht? Ich mag keine Abschiede. Juhu! Juhu! Für Sie, Herr Leutnant. So was Gutes kriegen Sie so schnell nicht wieder. Oder warten da drüben etwa volle Zöpfe auf uns. Wir müssen uns beeilen. Zu Befehl! Was heißt, Lord? Los! Okay. Komm! Los! 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 Die Trommels sind zu entdecken. Wenn Sie einen von uns erwischen, ist er allein hier, klar? Ja. Ihr habt ihn gefunden. Und niemanden gesehen. Ich habe ihn gefunden. Yes, sir. See these? Footprints. Can you explain them? No, not yet. Captain, I want to know exactly what happened here, and I want everyone involved. Yes, but sir, I have new orders. Forget your orders. I need you here now. Understood? Yes, sir. We've been so weit abgetrieben. We wait until the Latine-Strom is coming out. I can't anymore. I can't anymore. I'm with the Flut. Then you'll be outside of the Internation zone. We're going to get the Britons. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Was passiert denn jetzt? Die werden uns jetzt verhören. Du meinst, die glauben uns nicht? Sieht nicht so aus. Okay, Sarah. Was? Ich wollte mit diesem Otto im Meer schwimmen. Was? Ich habe ihm das vorgeschlagen. Das war meine Idee. Ich konnte ja nicht wissen, was das für einer ist. Ich will es doch dann glauben, der hat das wegen mir gemacht. Ich bin alt. Vielen Dank.